Wunderschönen Abend hier bei unserem Lieblingsturnier, zumindest meinem Lieblingsturnier, ich weiß nicht wie es euch geht, zum Cross-Doors-Turnier in der Gruppenphase, wir haben ja nur Crack-Kids quasi, heute Abend spielen hier der gute Kato-Bad und der Winter gegeneinander, an meiner Seite der liebe Magno-Harto. Hallo, schönen guten Abend. Und tracken tut für uns heute Abend der Puma. Runde 1, Kato-Bad-Winter. Ja, wird die Frage sein, werden wir viel früh in den Dungeons uns bewegen oder werden wir erstmal die gesamte Overworld clearen und danach in Richtung Dungeons gehen? Die aktuelle Meta sieht meistens so aus, dass man erst die Overworld cleart und dann Dungeons macht. Mal schauen. Ja, wobei Kato ist immer, er freut sich immer, wenn er Progress in den Dungeons findet, also ich kann mir auch vorstellen, dass Kato relativ früh in die Dungeons geht, aber wir werden sehen. So, direkt die, warte, D3 ist Sky-Woods. Okay, das ist ein Feature, das, äh, habe ich gehört, sollte eventuell in zukünftigen Versionen abgeschafft werden, aber wir haben jetzt unser Hyrule Castle in Sky-Woods. Das bedeutet, wir sind sofort in der Dark World. Ähm, wir haben den Hookshot in Linkshaus, auch immer gut zu sehen. Und alles, was Kato hier macht, ist gerade nicht in Logik. Äh, Bunny Revival ist nicht, äh, vorgesehen. Oder als Bunny in Dungeons rumzulaufen. Ähm, genau. Also das soll eventuell bald rausgepatcht werden. Äh, Hyrule Castle soll dann nur noch in den Light World Dungeons, äh, ja, drin sein. Aber in diesem Fall, auch in dieser Seed-Erstellung ist es in Logik, mit der Moon Pearl, ähm, Hyrule Castle zu starten und, ja, direkt rumzulaufen. Als Besonderheit. Ich schätze auch quasi genau deswegen, weil es nicht in Logik ist, ist Winter relativ früh schon wieder mit einem Safe-In-Quid rausgegangen. Kato hat sich trotzdem noch kurz umgeschaut. Aber wie gesagt, bald sollte das eigentlich rausgepatcht werden, nur für Entrance-Modi, glaube ich, drin sein. Das kann gut sein, ja. So, beide dann mit dem zweiten Start quasi in Linkshaus, fahren jetzt ein paar Bomben. Und Winter ist schon auf dem Weg Richtung Kakariko. Haben da unter den Büschen, die die zwei gerade hochgehoben haben, immer eine 50-50 Chance. Unter den zwei Diagonalen, ob da Bomben drunter liegen oder nicht. Kato hat jetzt vier mitgenommen, Winter hat zwei. Ja, dann sehen wir jetzt erstmal den, oder einen normalen Start, wie wir den auch aus einem Open- und Standard-Seed kennen. Erstmal Kakariko plündern. Wir haben hier ein Schwert in der Taverne. Genau, wir haben auch schon einen schnellen Map-Check gesehen mit einem Crystal auf Eastern Palace und zwei Pendants in Hera und Desert. Das Blaue und das Rote. Das heißt, die Chancen stehen gut, dass wir Thiefstown als Crystal haben und wir das Attic suchen müssen. Also diesen Boden oben im Obergeschoss von Thiefstown, den wir mit einer Bombe aufsprengen müssen, damit der Boss zum Vorschein kommt im Licht. Und das Attic ist auch zufällig in den Dungeons reingeschaffelt. Also das Attic muss nicht im Thiefstown vorhanden sein. Genau, in Zukunft wird es dazu auch einen Hint geben, wenn man die Maiden im Thiefstown einmal in ihren Bossraum gebracht hat. Aber soweit ich weiß, ist der bis heute auch noch nicht implementiert. Sprich, die zwei werden es suchen müssen. Vorausgesetzt, Thiefstown ist nicht das Green Pendant. Und dann hoffen wir für die beiden mal, dass das heute keine Atticant wird. Was gibt es denn über die beiden Runner zu sagen, was Doors angeht? Ja, ich glaube, Kato ist weltweit bekannt für sein Interesse an Doors und an seinem Mitwirken an diesem Modus. Kato hat auch geholfen, den Checker ins Laufen zu rufen, ins Laufen zu rufen, ins Laufen zu bringen. Für die Erstellung des Checkers war Kato da. Winter hat aber auch schon ein paar Doors-Heats mitgespielt. Ja. Und dann sind wir ein guter Tier. Wir haben gerade 100 zu 100 getauscht. Ne, 100 zu 300. Ah, stimmt. Ja, Winter kann sich jetzt Bomben kaufen hier unten. Hat er ja leider gerade keine... Ich glaube, eine Bombe zu wenig im Blights Hideout. Genau, aber Kato hier unser, in Anführungszeichen, Mr. Doors von der deutschen Community, wenn nicht sogar weltweit. Ich weiß nicht genau, wie er im internationalen Discord da unterwegs ist, aber ich glaube, da ist er auch sehr aktiv. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, wir haben hier eine Begegnung auf jeden Fall auf Augenhöhe. Winter auch ein sehr erfahrener Spieler mittlerweile. Und hat auch schon des öfteren Doors gespielt. Also ich denke, beide sollten wissen, wie man den Modi hier angeht, wie man das spielt und worauf es ankommt. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass Winter zwar ein Notizheft da hat, um sich Notizen in Dungeons zu machen vielleicht. Aber er benutzt auf jeden Fall nicht den Doors Tracker. Und bei Kato wissen wir, dass er den Doors Tracker benutzt. Kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein, wenn man zu lange braucht, um Dinge zu tracken. Aber ich glaube, Kato kennt sich mit dem Tracker ganz gut aus und wird da keine große Zeit verlieren oder so. Ich denke, als jemand, der den Tracker selbst entworfen hat, sollte das der Fall sein. Und wer Kato auch schon mal bei Doors zugeguckt hat, der weiß, das geht beim Spielen quasi in allem mit. Dann sind die beiden Runner hier gleich auf. Winter nimmt hier den Tree Pull mit, für die Full Magic. Kato lässt ihn erstmal liegen. Ich meine, wir haben noch keine Waffe, die Magic verbraucht, aber ist auf jeden Fall nice to have. Dafür farmt Kato hier jetzt nochmal 80 Rupees von der Buschkrabbe. Ja, ich glaube, Geld haben wir genug. Das würde jetzt keinen großen Faktor spielen. Okay, also Aga Tower müssen wir jetzt nicht zwangsläufig für das Lumberjack Ledge Item abschließen. In Doors kommt es aber, ich weiß jetzt nicht, ob häufiger oder weniger, auf jeden Fall auch zu einem, ja, zu einer guten Chance dran, dass man seinen Darkwood Access über Aga machen muss. Auf jeden Fall ist, äh, sehr viel häufiger Procris in Aga Tower. Haben halt nicht nur gegen Key Sanity zum Beispiel zwei Checks, die was haben können, sondern der Aga Tower kann ja auch ein riesiger Dungeon sein. Und, äh, allein deswegen lohnt es sich schon fast zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht mal da reinzuschauen. Genau, und jetzt hier ist, das sieht man auch häufig, äh, dass man Hyrule Castle auch über den Sanctuary-Eingang betritt. Denn Hyrule Castle hat jetzt in diesem Modus fünf Eingänge. Kathedrale, den Friedhof-Dropdown, den Vordereingang vom Schloss und die beiden Seiteneingänge oben auf der, auf dem Balkon sagt man auch. Ähm, das heißt, dieser Dungeon, der kann sehr auch kompliziert aufgebaut sein. Ähm. Und das kann sein, dass man halt den richtigen Eingang finden muss, um in dem Dungeon weiterzukommen. Genauso ist das auch in Turtle Rock oder, oder Desert Palace. Wobei man auch dazu sagen muss, dass der Dropdown im, äh, im Grab auch immer Vanilla ist. Sprich, der führt auch immer in den Back-of-Escape-Room mit den drei Chests. Aber was halt danach kommt, das ist halt random. Kann halt sein, dass man sich da ein bisschen ausprobieren muss, wo man wann weiterkommt, mit wie vielen Keys. Falls es denn nötig ist. Deswegen ist Hyrule Castle eigentlich auch nicht so das, äh, wo man gerne reingeht am Anfang. Vor allem mit Low-Equipment. So, das Play von Winter glaube ich nicht, dass das so gut ist. Er hat jetzt ziemlich einen weiten Weg in der Overworld genommen, um jetzt in Eastern-Area zu gehen. Äh, da finde ich das Play von Kato etwas, äh, besser. Da holt sich mehr Overworld-Checks, ähm, es gibt einige Räume, die zum Beispiel bowlocked sind. Und, äh, mit dem Bogen, den er gefunden hat, äh, könnte er die jetzt überwinden. Oh, Winter mit den fast Vanilla-Boots hierbei, bei Sascha. Oh, okay, okay. Können auf jeden Fall ein kurzzeitiger Vorteil sein. Und ich habe auch kurz mit Winter im Vorfeld gesprochen. Also er fühlt sich schon so ein bisschen wie der Underdog in dem Rennen, hat er mir gesagt. Kann also sein, dass er deswegen, äh, gerade zu Beginn ein bisschen versucht, anders zu routen. Ich weiß jetzt nicht, ob er explizit mehr Overworld-Checks mitnehmen möchte oder nicht. Aber auf jeden Fall, äh, wenn das jetzt schon so ein bisschen, ein Special Play war, dann hat es sich auf jeden Fall für die Boots erstmal ausgezahlt, würde ich behaupten. Und wenn er jetzt gleich Richtung Iceward Cave läuft, kann er auch da, äh, ein Waterwalk aufsetzen. Den Kato in dem Fall jetzt nicht machen könnte, weil Geld genug für Zora haben die beiden. Ja, und ich habe schon zwei Spiele gesehen. Eins davon war mein eigenes, äh, wo dann doch sehr viel Progression auf diesen, äh, Wasser-Checks waren. Also im Spiel Tyrannos gegen Teto gab es zum Beispiel zwei Schwerter im Wasserfall. Ähm, gut, jetzt gibt es hier noch ein Schwert, ähm, in der Mini-Moldom-Cave und Geld. Also Zora könnte man schon checken mit dem Waterwalk. Ja, mal gucken, ne? Also ich gehe davon aus, dass Winter auf jeden Fall den Waterwalk draufsetzen wird. Oh ja, wir haben auch sowieso Flippers, ich, ähm, das habe ich gewusst. Oh, stimmt. Trotzdem ist es schneller zu checken, auf jeden Fall. Und ich schätze auch, dass Winter wahrscheinlich, äh, wenn er den gleichen Waterwalk aufgesetzt hat, zuerst die Zora-Area und dann eventuell den Hobo machen wird. So, Ice-Rod-Cave. Ja, Pierre hat den Waterwalk gerade aufgesetzt, ist jetzt, äh, relativ nah an diesem Abgrund entlang gedasht und dann unten quasi am Ausgang der Höhle entlang. Und dann kann er gleich, wenn er von oben ins Wasser springt, äh, einfach drüber laufen. So, und für alle, die vielleicht etwas später eingeschaltet haben, noch einmal ganz kurz den Modus erklären. Also wir haben hier ein, äh, Cross-Doors mit Key-Drop-Shuffle. Äh, das bedeutet, es ist erstmal wie ein normaler Open-Seat, bloß, dass alle Dungeon-Super-Tiles geschuffelt sind. Ähm, also nehmt die Räume aus allen Dungeons. Schaufel, äh, würfelt sie nicht umher. Ähm, und ihr bekommt neu zusammengesetzte Dungeons und die dürft ihr machen. Das ist doors. So, ähm, die Bosse sind immer noch gleich. Also, Eastern Palace bleibt Eastern Palace, was den Boss angeht. Also da bleibt der Boss dann Amos Knights zum Beispiel. Genau, und Key-Drop-Shuffle bedeutet, ähm, dass alle Gegner, die normalerweise, oder Töpfe, die normalerweise einen Schlüssel darunter haben, können jetzt auch irgendwelche Items, äh, ertragen. Genau. Und wir sind auch nicht in der zweiten Runde, wir spielen Double Elimination. Sprich, wir sind jetzt in der ersten Runde. Und, äh, nach der ersten Runde wird quasi das Teilnehmerfeld einmal in Lower und Upper Bracket geteilt. Und im Finale, wenn ich mich recht erinnere, kommt dann der Sieger des Lower Brackets gegen der Sieger des Upper Brackets nochmal zusammen. Also, hier das erste Spiel zu verlieren, wäre eigentlich noch gar kein Beinbruch. So, beide jetzt synchron Zora am Checken. Und das gibt hier die 50 Rupees, na, wenn das nicht... Der Time-Safe, man sieht ihn hier quasi visuell. Tatsächlich, ja. Das holt Kato nicht mehr auf. Ja, vor allem, wie gesagt, mit den Boots. Mit den Boots aus der Eastern Area. Ja, gut, mit den Items, die wir bisher gefunden haben, gerade mit dem Bogen, es lädt halt auch einfach ein, äh, eventuell als ersten Dungeon in die Eastern Area zu laufen. Ich denke, das wird Kato jetzt auch machen. Ich meine, wir wissen nicht genau, was uns in den Dungeons erwartet. Ähm, aber wir haben halt auch noch keinen Access zu den anderen beiden. Wollte gerade sagen, in dem Fall ist Eastern Palace wie jeder andere Dungeon bo-lockt oder nicht bo-lockt. Das wird sich zeigen. Per se ist ja schon mal kein Boss bo-lockt. Man kann ja den, die Amos Knights auch mit dem Boomerang oder dem Fire Rod, den Burner, dem Schwert Schaden machen, dem Hammer, wie auch immer. Genau, der Bogen aber da auf jeden Fall, äh, das Mittel der Wahl. Winter entscheidet sich jetzt aber nochmal kurz in Hyrule Castle, in den Main Entrance hier reinzulaufen. Ich meinte, dass bei Kato eher danach aussieht, als wenn er direkt nach Eastern geht. Und wir haben hier direkt einen Dark Room. Aber ich habe jetzt so schnell auch gar nicht erkannt, was das für ein Dark Room war. Ne, habe ich auch nicht gesehen. Das ist nämlich eine Schwierigkeit in Dorf, äh, zu erkennen, erstmal in welchem Dark Room befinde ich mich. Äh, ich weiß, dass die beiden Runner nämlich die Dark Rooms beherrschen. Nur ist es manchmal sehr schwierig zu sehen, in welchem Dark Room man ist. Ja, ich mache aber eine Transition von unten, da bleibt gar nicht mehr so viel. Also wir haben ein paar Hyrule Castle Dark Rooms, die mit unten den Entrance haben. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob es möglich ist, die Aga Tower Dark Rooms auch von unten zu betreten. Ich glaube schon, auch wenn das Treppen sind. Ähm, bin ich halt überfragt. Auf jeden Fall beide jetzt in Eastern Palace drin. Und ich scheine auch beide am Anfang erstmal dieselbe Route durch den Dungeon zu nehmen. Oh, den Raum habe ich so auch noch nicht gesehen vorher. Den Kado gerade hier mit den, äh... Mit dem Hubschrapp? In dem Ice Palace. Ja. Den Misery Fire-Raum meinst du, oder? Ne, das war, äh, Ice Palace, wo man normalerweise den Bombchrapp macht. Achso, achso. Doorstress. Kann man sich jetzt bei Kado gut abgucken. Und Aga Null. Erwartet uns hier auch. Ja, der ist auch random in irgendeinem Dungeon. Genau, hier geht jetzt, äh, hier die Maiden hoch, verschwindet hinter dem Vorhang. Und wenn man hinterherläuft, äh, ist er da nicht. Und wir scheinen erst mal, äh... Oh, Winter hier mit dem Quake. Direkt um so Mario ja noch zu sehen. Ja, das sind die Quake-Strappchen. Äh, was vielleicht noch zu erwähnen ist, wir bekommen von Anfang an als Start-Item so eine Mirror-Scroll. Hat die Funktion eines Mirrors im Dungeon, in der Overworld, kann man das nicht benutzen? Genau, bringt uns direkt wieder an den Startpunkt des Dungeons zurück. Ist, äh, indoor sehr, sehr sinnvoll. Wenn man sich hier doch mal relativ leicht irgendwo verstrickt. Sehr, sehr tief in den Dungeon reinkommt und eventuell nicht mehr den Rückweg kennt. Je nachdem, in was für ein Dead End man reinläuft, ist es halt einfach schneller, da gerade rauszummerieren. Also ich denke, sollte das ein Zieht werden, wo... Wo viele Dungeon-Double-Dips required sind, dann würde Kato wahrscheinlich mit dem Tracker einen Vorteil haben. Stirbt jetzt hier aber, bevor er das Item auch von der Spike-Chester bekommt. Würde sich ärgern, da würde er auf jeden Fall nochmal hinlaufen. Aber wie du es gerade gesagt hast, äh, der Tracker gibt einem halt in bestimmten Situationen auf jeden Fall einen riesigen Vorteil. Gerade was Double-Dippen angeht, wenn man die Konzentration irgendwann nicht mehr hat oder... Die Dungeons sehr, sehr kompliziert sind, dann kann man sich halt einfach irgendwann den Tracker wieder aufmachen. Sieht dann die Routen, die man gelaufen ist, was wohin führt eventuell und, äh... Winter muss das quasi alles im Kopf machen. Das ist so ein bisschen, äh, persönliche Präferenz, wie man das angeht. Und man muss hier auch aufpassen, weil die Gegnern, die machen, glaube ich, auf Greenmail, wären das, glaube ich... Vier Herzen Schaden, diese... Bombenschnecken. Nein, in der Light World nicht, tatsächlich. Achso. Die verhalten sich da ähnlich wie die Grashüpfer oder die Ratten. Kato, stimmt hier nochmal? Weiß jetzt nicht, ob das jetzt intentional war. Also dieses Spike-Chest, die kostet dann doch mindestens drei Herzen, wenn man das Item holt. Und ich glaube, wenn man wieder weglaufen will, insgesamt sogar vier Herzen. Aber der Weg dahin war ja jetzt nicht so weit. Ich weiß nicht, ob er da jetzt hinten noch irgendwelche Doors hatte, die er noch nicht großartig erkundet hat. Aber es scheint, als ob er jetzt erstmal einen anderen Weg einschlägt. Und auch Winter jetzt mit zweieinhalb Herzen in demselben Raum. Und dann schließt sich erstmal nicht, diese Chest zu nehmen. Und ich finde auch, wenn man in dem Raum, in dem Winter gerade ist, kann man ganz gut Superteils erklären. Sprich, das ist ein Thiefstown-Raum, der sollte eigentlich relativ bekannt sein. Und wenn wir rechts aus dem Raum rauslaufen, haben wir verschiedene andere Räume aus anderen Dungeons. Aber wenn wir nach links durch die Räume laufen, haben wir immer noch die Thiefstown-Big Chest auf der unteren Seite. Und oben haben wir diesen Thiefstown-Trap-Room. Sprich, die drei Räume sind quasi immer zusammen, die kann man nicht voneinander trennen. Und das ist halt ein super Teil. Und davon haben wir ja sehr, sehr viele hier im Rando. Die zu kennen, ist halt auch ein enormer Vorteil. Und Kato hat wieder den Treppen hier von dem GT-Torch-Room, den Boss, gefunden. Das sollte man auch wissen, die Dropdowns in einem Dungeon sind Vanilla. Das bedeutet, wenn man oben bei diesem GT-Torch-Room runterdroppt, dann landet man immer in dem unteren Raum, wo auch eine Treppe ist, mit den Laseraugen an der Wand. Aber die Treppen führen woanders hin. Die sind nicht kombiniert oder nicht zusammengehörig. Genau, Dropdowns können so ein bisschen von seiner Route abbringen, wenn man einfach nicht mehr zurückkommt, in vielen Fällen. Aber da ist es auf jeden Fall wert, sie abzugehen und zu gucken, wo sie hinführen. Das kann auch das öftere mal required sein, Dropdowns zu nehmen. Vorhin gesehen, Moldom 2 ist auch in dem Dungeon drin. Wenn man bei dem runterdroppt, gibt es ja auch einen Ausgang unten in diesem, ich weiß gar nicht, wie es heißt, in dem Auffangraum, sage ich mal quasi. Ja. Und so auch fühlt halt wieder komplett anders hin, also nicht zurück in den Moldom 2 Raum. Also kann sie, aber... Kann natürlich, weil da gibt es zwei Treppen, ja. Ja, aber gerade weil sie halt auch woanders hinführen kann, kann es auf jeden Fall required sein, das zu benutzen. So, und dieser Raum ist auf jeden Fall Fire Road Loft. Zumindest logisch gesehen, man könnte es auch mit der Lampe machen. Ja, Winter hat den Boss jetzt nicht gefunden, schadet sich jetzt rauszugehen aus dem Dungeon. Ja, wahrscheinlich, weil er weiß, okay, das ist sowieso Fire Road Loft, dann komme ich vielleicht später wieder. So dringend ist es nicht, dass er jetzt direkt den Crystal in der Hand hat. Ähm. Ja, was gibt es noch in Dungeons, was uns irgendwie was zeigen, was verraten kann? Äh, die Karte und der Kompass haben hier noch Sonderfunktionen. Wenn wir die Karte eines Dungeons finden, ähm, dann zeigt es uns einen aktuellen Schlüssel-Count an. Zum Beispiel 1 von 5. Und das bedeutet dann, dass wir 1 von 5 Smallkeys aus diesem Dungeon gefunden haben. Ähm. Das ist, äh, sehr hilfreich, um zu sehen, wenn man 5 von 5 hat, dann darf man alle seine Schlüssel, ich sag mal, verschwenden oder so einsetzen, wie man möchte. Und das könnte huge sein. Winter hat hier gerade in den Bonkrocks einen Handschuh gefunden. Damit könnte man den Bergsequence-Breaken vielleicht und auf die rechte Seite vom Berg kommen. Oder den Dropdown vom Hyrule Castle benutzen. So, aber nochmal zurück zum Kompass. Wenn man den Kompass eines Dungeons findet, äh, dann verrät er einem, wie viele Gesamt-Items ein Dungeon hat. So, und, äh, in Summe kann einem das auch schon mal was verraten. Wenn wir zum Beispiel 11 von 12 Items aus einem Dungeon haben und 4 von 5 Smallkeys, dann wissen wir, dass das letzte Item, was noch in diesem Dungeon ist, ein Smallkey ist. Und, äh, brauchen nicht weiter irgendwas aufmachen. Genau, und bei Winter in dem Raum, oh, die Lampe, äh, sehen wir auch ganz gut, dass man Smallkeys schon mal saven kann. Er hat jetzt in dem, äh, oberen Durchgang quasi eine normale Tür und unten ist sie mit einer Key gelockt, den er sich sparen kann. Man kann sich generell auch nicht in Dungeons, äh, wegen Keys softlocken. Sprich, den Key kann er jetzt, äh, quasi frei ausgeben. Genau, und den Raum hat er, glaube ich, schon gesehen eben. Oh, und Kato findet ein Vanilla-Attic. Kann's aber nicht aufmachen. Okay, Attic ist huge. Das ist huge. Ich glaube, wir haben's schon öfters in Eastern gesehen jetzt im Turnier. Aber es ist Vanilla. Hast du gesehen? Ja, also das ist, äh, genau, der linke Gang, oder dieser linke Raum, wo der Schalter ist, mit dem linken Gang von dem, äh, ja, von dem langen Flur, ist nicht zusammengehörig mit der rechten Seite, in diesem Fall schon. Ich konnte Kato quasi fluchen hören. Regt sich immer auf, wenn Räume Vanilla aneinander hängen. Oh, Winter ist ja auf dem Schloss rausgekommen. Ja, aber das Wissen ist auf jeden Fall, äh, ein enormer Vorteil, wenn's wirklich darum geht, das Attic nachher aufzusprengen. Kato wird's mit Sicherheit getrackt haben in seinem, äh, in seinem Doors-Tracker. Sprich, er wird da relativ schnell hin zurückfinden, wenn's nötig ist. Und Winter muss das alles noch herausfinden. Allerdings wissen wir, dass er auf jeden Fall nochmal zurück nach Eastern muss. Also, äh, die Chance, es zu finden, ist auch nicht gerade gering. Ja, es ist ein Crystal, der ihm fehlt, ähm, vielleicht läuft er ihm sogar dann auf dem Weg, über den Weg. Okay, Winter ist jetzt da angekommen, wo Kato gerade in den Dungeon reingegangen ist. Für Kato ist das jetzt hier ein Darkroom, und Winter hat das alles schon gecheckt. Winter kann auch noch Myron, weil er von oben reingegangen ist, und kann jetzt noch ein bisschen was vom Agar Tower mitnehmen. Genau, was ich auch immer ein bisschen mies in den Darkrooms finde, ist, äh, wir haben ja auch nicht die Garantie, dass die Türen so bleiben, wie sie sind. Sprich, die, äh, Key-Locked-Doors müssen nicht mehr Key-Locked sein, sie können jetzt auch zum Aufsprengen oder normale Türen sein. Und wenn du in so einem Darkroom irgendwo eine Tür hast, die du aufsprengen musst, dann, äh, musst du das erstmal rausfinden im Dunkeln, ne? Ja, zuerst denkst du dann immer, liegt meine Bombe vielleicht nicht richtig, oder ist es doch irgendwie Key-Locked oder so, ja. Ist immer schwierig. Deswegen, die Lampe, die Winter hier gefunden hat, ist auf jeden Fall auch ein Vorteil. Genauso der Handschuh. Aber ich denke, äh, es liegt beides sehr, sehr erreichbar, das werden wir früher oder später auch bei Kato sehen. Ja, und Schalter spielen auch immer eine besondere Rolle. Manchmal muss man durch den gesamten Dungeon laufen, nur um den Schalter auf eine bestimmte Farbe einzustellen, um dann auf der anderen Seite vom Dungeon, äh, weitermachen zu können. Ist manchmal nicht ganz so nett. Genau, ich glaube, standardmäßig stehen alle Schalter erstmal auf orange, sprich, dass die orangenen, äh, Punkte unten sind. Aber Winter findet hier einen Hammer-Locked-Raum. Äh, ja, alle, alle Schalter sind erstmal die orangenen unten, sprich, man muss erstmal die Schalter je nachdem umlegen, um in gewissen Räumen weiterzukommen. Und da ist es auch sehr, sehr gut, sich zu merken, in welchem Raum jetzt wirklich Schalter gewesen sind. So, Kato jetzt hier auch mit seinem Handschuh wird jetzt auch runter droppen, denn dieser Drop ist auch Vanilla und Kato weiß, da gibt es jetzt auf jeden Fall drei Items oder drei Truhen, die man holen kann. Deswegen wird er gleich auch seine Lampe und zwei Smallkeys bekommen. Deswegen beide Runner jetzt gleich mehr oder weniger gleich auf. Kato mit der Information über das Attic, äh, Winter mit ein bisschen mehr Hyrule Castle und, und Aga Tower Play bis hierhin. Mal gucken. Genau, Kato hat aber auch schon Eastern abgeschlossen, ne? Und er weiß, wo das Attic ist, das, äh, würde ich sagen, ist momentan vielleicht ein bisschen so der größere Vorteil. Winter jetzt aber auf dem Weg, auf dem Berg. Ist mittlerweile nicht mehr Out of Logic. Kann jetzt mit der Lampe den alten Mann hier retten. Und kann mit dem Hookshot auch schon auf die Right Side. Kato spawnt hier alle, äh, alle Skelette. Malerweise kann man in dem Raum die Style Force so forsten, dass nur zwei von denen spawnen, wo man relativ schnell nach oben läuft und dann, äh, nicht mehr unter eine gewisse, was ist das? Y-Achse? Ja. Ja. Unter eine gewisse Y-Achse geht, weil das hat er gerade, äh, aus irgendeinem Grund nicht geschafft. Und dann spawnen halt, wie im, ich sag mal, Vanilla-Spiel die vier Style Force. Genau, jetzt werden wir jetzt mal eine Runde Overworld von Winter sehen. Oder auch nicht. Äh, was möchte er denn da jetzt machen? Achso, ein Map-Check, okay. Okay, okay. Also, Thief Sound ist tatsächlich ein Crystal, und zwar Red Crystal, Thief Sound und ein Pot. Dann haben wir noch Green Pendant in Swamp. Joa, also es kann sein, gerade weil wir das Attic auch relativ früh aufsprengen können, dass eventuell etwas auf der Red Bomb liegt. Natürlich, äh, Thief Sound, äh, je nachdem, was wir darin brauchen, ein relativ schnell erreichbarer Dungeon, wenn wir denn in die Dark World kommen. Kann man nur hoffen, dass Winter dann das Attic auch relativ schnell findet, wenn es wirklich getreut ist. Und jetzt sehen wir erst mal hier die Paradox Cave auf Winters Seite, während Kato so ein paar Checks in Hyrule Castle macht, die wir, ne, Nagata-Häuser, Nagata-Häuser macht, die wir bei Winter schon gesehen haben. Ja, das ist ganz witzig, das ist der Fischgrätenraum aus Misery Mire. Den sieht man im normalen Rando eigentlich nie, weil da ist auch einfach nur ein Schlüssel unter dem Topf da. Und den Raum müssen wir einfach nie betreten, äh, weil Misery Mire genug Schlüssel hat und man den nie braucht tatsächlich. So, genau, aber nochmal Geld und Mids in der, ähm, und die Moonfall in der Paradox Cave. Ich wollte gerade noch sagen, wir könnten jetzt hier die Super Bunny Cave, sieht man im Rando eigentlich relativ selten, Super Bunny Cave in einem mitnehmen. Wenn man hier oben gerade die Mids findet. Aber, äh, ja, die Moonfall lag direkt dahinter. Sprich, wir können sie auch in Logik mitnehmen. Genau, das Attic war in Eastern. Einen Pilz auf der Floating Island. Äh, was? Okay. Okay, Winter hat eine Fee, äh, hat die Biene freigelassen, um sich eine Fee zu fangen. Und im ersten Anlauf hat er ja zuerst die, die Biene wieder eingefangen und ich hab mich ein bisschen gewundert, ob er bewusst eine Bee fangen wollte, oder? Das war eine Gold Bee, ich weiß, die kann ja normalerweise gar nicht wirklich spawnen. Kann aber auch, äh, gute Vorteile bringen in den Dungeons. So, Winter jetzt hier auf dem Weg in die Dark World, auf dem Berg wieder. Ja, und Kato dann doch ziemlich lange in den, äh, Dungeons unterwegs. Dafür, dass er doch so viel auf dem Berg machen kann. Äh, Hyrule Castle und Agar Tower sind nämlich zwei Dungeons, die man am Ende nicht abgeschlossen haben muss. Äh, da macht das meistens, glaube ich, ein bisschen mehr Sinn, erstmal die Dance-Item-Locations in der Overworld mitzunehmen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass er hier so ein bisschen seinen Vorteil ausspielen will, dass er halt den Checker benutzt. Einfach, dass sein Routing in den Dungeons alles so ein bisschen verschnellert. Und, äh, er sich vielleicht deswegen denkt, er hat ein bisschen mehr Zeit in den Dungeons, weil er gezielter darin vorgehen kann. So, stimmt. Die Overworld ist natürlich nicht randomized, das interessiert Kato nicht. Oh, Kato findet ja auch den Pixel, sich an diesen Pot unten dran zu grappeln. Mhm. Und auch den Big Key von Hyrule Castle. Ich persönlich bin immer sehr froh, wenn ich in irgendeinem Dungeon den Big Key hab, weil es gibt auch viele Big Key Doors, die auf einmal in einem Dungeon vorkommen. Oder es ist immer lästig, wenn man nur für eine Big Chest irgendwie nochmal durch den halben Dungeon nochmal laufen muss. Äh. Ja. Auf jeden Fall, ja. Okay, Kato hat jetzt hier neun von elf Items aus Hyrule Castle. Die Karte ist auch noch safe dabei, also gibt es jetzt höchstens noch ein Item in diesem Dungeon. Und, äh, ich weiß nicht, ob... Also, Kato scheint da noch weiter zu suchen. Das wäre für mich meistens noch so der Grund, okay, da könnte man vielleicht auch rausgehen jetzt. Ja, gerade aus Hyrule Castle. Außer man weiß auch, wo ein Weg ist, wo man noch nicht war. Winter jetzt mit ner, äh, Rute, die man im normalen Rando eigentlich auch nicht sieht. Upp, mit ner Fee, die man sonst auch nicht sieht. Genau. Wir haben ja die, äh, Kathedrale, den Respawn Point quasi jetzt in der Dark World in Skullwoods gesehen. Sprich, er kann jetzt nicht nach dem Safe & Quit einfach oben an der Kirche wieder spawnen, sondern muss quasi jetzt jedes Mal von Links Haus die ganze Overworld bereisen. Und Kato sucht noch weiter in Hyrule Castle. Ich glaube, er sucht vielleicht den Ausgang, der auf dem, auf dem Schloss rauskommt. Ne. Ne, scheint mir nicht so. Okay. Er hat auf jeden Fall gesehen, dass er alle Items aus Hyrule Castle raus hat. Und wird jetzt auch auf den Berg gehen, nehme ich an. Hat er jetzt noch die Karte gefunden? Gerade zu Winter geschaut. Ne, die Karte nicht, aber er hatte 10 von 11, ohne die Karte zu haben. Er hat eben noch ein Zwar-Key gefunden. So, Winter gibt jetzt noch seine Bottle ab. Also, Check-Zick-Kit. Schön, Zwanni. Genau. Und auch wenn die Overworld jetzt hier in der Light World ein bisschen schwerer zu bereisen ist, dadurch, dass man jedes Mal unten an Links Haus quasi starten muss, ist doch der Respawn Point in der Kathedrale in der Dark World eigentlich recht angenehm. Ja, stimmt. Also, Winter hätte eigentlich auch mal im Sanctuary starten können mit der Moon Pearl. Ja, ich denke, er wollte jetzt die letzten Overworld-Checks hier noch mitnehmen mit King's Tomb und dem Zick-Kit. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass wir es dann danach relativ oft sehen werden. Genau, Puma, könntest du einmal noch die Mids bei Winter tracken? Das wäre cool. Die hat er ja im Paradox Cave gefunden. Dankeschön. Genau, unser Tracker ist auch ein bisschen angepasst jetzt extra für Stores. Kann sein, dass er deswegen die Software ein bisschen was schluckt. Wir haben jetzt den Key Sanity Tracker mit bei. Ihr seht jetzt unten bei den einzelnen Dungeons auch die Big Keys, wenn sie gefunden sind. Das ist im Doors immer sehr praktisch zu sehen. Einfach weil der Big Key auch einiges aufmacht und abschließen kann. Wir haben halt die Möglichkeit, mehrere Stores zu sehen, die davon gelockt sind. Wir haben eventuell mehrere Big Chests in einem Dungeon. Und deswegen ein relativ mächtiges Tool. Damit das für euch klar erkennbar ist, ist das jetzt unten im Tracker mit drin. Und wir haben auch zum Beispiel im Castle Tower normalerweise keinen Big Key. Deswegen seht ihr da einen Small Key getrackt. Das ist so ein bisschen getrickst von uns, aber daran könnt ihr euch orientieren, wann der Big Key auch da gefunden wurde. So, und jetzt Boss Fight Time. Winter hat nämlich die Motte gefunden. Also er hat Master Sword und auf jeden Fall eine Fee in der Bottle. Blue Male, das sollte klappen. Ja, der Mottenraum ist mit jeder Male relativ unangenehm. Die Spikes machen immer ein Herz Schaden. Ich glaube, die Beams von der Motte, glaube ich, sogar immer zwei, egal welche Male man hat. Nee, das macht tatsächlich weniger Schaden, aber die Spikes machen True Damage ein. Und da hat sich die Fee gelohnt, da wurde er ziemlich oft getroffen. Kann er noch die I-Frames von der Fee benutzen, das ist ganz hilfreich. Ah, da hat sich die Motte öfters hinter dem Spike versteckt. Und wird mit dem Hammer auf der Motte gelohnt. Oh. Das ist ein sehr, sehr starkes Item. Können wir sagen fiese Motte oder wir sagen sehr nette Motte, denn der Hammer ist natürlich ultramächtig. Ich würde sagen nette Motte. Eine Hammer-Motte. Sorry. Und wenn man die Motte abschließt, kommt man anscheinend immer bei dem Skywoods-Ausgang raus mit dem Brüssel, den man mit dem Fire-Rod öffnen muss. Gibt da direkt nochmal einen neuen Eingang? Ich glaube nicht immer. Kommt auch so ein bisschen darauf an, wo der Bossraum liegt. Okay, in diesem Fall aber. Aber ja, es hat nichts damit zu tun, wo man reingekommen ist in den Dungeon. Aber die Logik dahinter kann ich ja auch nicht genau sagen. So, und also die... Das Wissen von Supertiles, äh, sagt Winter jetzt da oben, das gehört immer zu dem Raum dazu, da sind Feen. Da wollte er sich jetzt nochmal eine snacken, eine einfangen. Ähm, oder wenn man keine Feen mehr braucht, dann weiß man, okay, da braucht man nie die Tür aufmachen, um nach oben zu gehen, weil das immer zusammengehörig immer noch dieser Feenraum ist. Genau, und das, was Kato gerade angesprochen hat, dadurch, dass er oben an dem, äh, normalerweise Ausgang vom Boss, äh, wieder rausgekommen ist, hätte es passieren können, dass Winter sich hier gesoftlockt hat, weil man in Skywoods halt hinten dann nicht mehr durch diesen Eingang zurückkommt, wenn man den Fire-Rod nicht hat. Und, äh, ja, dann kann es halt sein, dass die Räume dahinter, hinter dem einzigen Dropdown oder der Tür, in die man noch reinkommt, sich irgendwie loopen. Und dann kommt man da einfach nicht mehr raus. Aber er hat hier Glück gehabt. Kato hat das gesagt? Hm, nein, Daruk. Daruk hat das gesagt. Kato gesagt? Ich glaube, ja. Verdammt. Ich meine, vielleicht hat Kato das auch irgendwie gesagt, weil... Ja, wahrscheinlich hat er das gesagt. Ich bin gespannt, ob Kato jetzt auch zuerst Skywoods abschließen möchte. Aber es scheiß mir, als ob er... Sorry, sowas finde ich eigentlich immer ganz angenehm, wenn man Thiefsaun oder in ein Dungeon reingeht und man sieht sofort, okay, der ist Somaria lockt. Brauchen mich jetzt erstmal nicht weiter beschäftigen damit. Thiefsaun, Somaria lockt. Ich hab lieber ganz genau am Anfang des Dungeons als irgendwann mittendrin, wenn man sich schon quasi den Kopf mit useless Räumen vollgebombt hat. Beide haben das Attic noch nicht. Kato weiß nur, wo es ist. Aber Kato hatte kein Small Key. Genau. Im Winter hatte er auch noch einen Grund, nach Islan zurückzukommen. Führe ich hier auch noch eine große Chance, dass er das relativ zeitnah findet. Ja, Kato hat ja auch einen Grund, dass Attic noch aufschlägt. Ja, das ist Grund genug auf jeden Fall. Beide auch schon mit Tempered Sword unterwegs. Ja, und eine Menge Mobility oder Dark World Zugang mit dem Hookshot, den Mid-Boot, dem Hammer. Bogen kann einen in Dungeons, der Bogen kann einen in Dungeons auch Wege aufmachen. Ja, schon recht freundlich. Lampe auch. Lampe ist auch sehr mächtig indoors. Genau, gerade wenn man den Fire Rub noch nicht hat, als einzige Feuerquelle. Oh, Flippers macht auch eine Menge auf, wenn da die Swamp-Räume sind. Sonst, das nächstgrößere Item, was einen auch eine Menge versperrt oder aufmacht, ist dann der Sumaria. Genau, und eine Feuerquelle, mit der man dann halt quasi die Free Souls besiegen könnte. Sprich, der Fire Rod, das Bomboss-Medallion. Aber ansonsten sind wir hier eigentlich schon ganz gut aufgestellt. Vor allem halt mit dem Hammer auf Winters Seite. Also das ist momentan auch, würde ich behaupten, der Vorteil, der am größten wiegt. Neben dem Attic, was Kathu schon gesehen hat. Ja, und in diesem Modus sind natürlich Misery Mire und Turtle Rock auch immer noch durch ihr Medallion gelockt. Das müssen wir auf jeden Fall noch finden. Und Maya ist auch immer noch Flute-Locked. Also das werden auf jeden Fall später noch Go-Mode-Items sein für uns. Die Flöte, die Medallions für Maya und Turtle Rock. Der Sumaria wird ein Go-Mode-Item sein. Fire und Ice Rod. Geben wir jetzt schon mal das Buch. Das gibt uns ein Desert-Eingang. Aber es kann auch sein, dass man da direkt gelockt ist und nicht weiterkommen kann. Dass der ganze Dungeon dann hinter der Flut und den Mids-Mirror gelockt ist. Genau, haben wir, glaube ich, in deinem Spiel gesehen. Da war es ein Useless-Raum, glaube ich, als GT, ne? Ja. Oder man war schnell lockt auf jeden Fall. Kann aber natürlich auch sein, dass das Buch uns jetzt den kompletten Dungeon schon aufmacht. Aber wir sehen jetzt beide auf jeden Fall erstmal die Overworld-Checks in der Dark World machen. Wenn der jetzt hier auch auf der Pyramide, bin gespannt, ob er bis zum Catfish durchläuft. Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich meine, in diesem Seed ist das jetzt nicht so. Aber es kann auch sein, dass die Hyrule Castle-Eingänge von dem Balkon oder der Aga-Tower-Eingang auch erst durch Miron auf der Pyramide in Logik ist. Bei uns ist das jetzt nicht so. Aber ja, kann natürlich immer sein. So, und Kato nimmt hier den Frosch mit auf die World Tour. Stimmt, Kato hat den Hammer auch noch gar nicht. Der war auf der Motte. Stimmt, muss ich hier gerade durchschwimmen. Aber ja, wenn man eh gerade vorhat, die Overworld-Checks zu machen, dann kann man natürlich den Frosch auch mitnehmen. Ist jetzt natürlich in dem Modus ohne Spiel auch nicht ganz so angenehm abzugeben. Muss halt wieder bei Linkshaus starten und den Weg dann bis zum Schmiedhaus laufen. Was ein bisschen weiter wäre als von der Kathedrale aus, von der Senk. So, im Winter jetzt wieder auf dem Weg. Ah, wird er jetzt nach Ice Palace gehen? Das kann sein, ja. Ich hatte kurz, er wird jetzt nach Pott gehen, aber Ice Palace ist hier anscheinend das angenehmere Play für ihn. Ja, man könnte auch sagen... Was macht er denn jetzt? Ich weiß es nicht. Möchte er jetzt mal Ice-San abschließen, oder... Ah, keine Ahnung. Hätte er auch danach machen können. Er hat in Ice-San auf jeden Fall einen Hammer-Lock-Raum gesehen. Miss scheint Richtung Pott zu gehen. Hm. Okay. In welchen Dungeon er reingeht, ist ja mehr oder weniger egal, Esma. Oh ja, er wollte vielleicht nicht ohne Feuer zu kurz her. Stimmt, stimmt. Sehr clever. Die sind dann wahrscheinlich auch auf dem Weg erst aufgefallen. Hätte sich natürlich jetzt auch bei der Upgrade-Ferry noch ein bisschen bedienen können. Haben halt in den Dungeons relativ viele Durchgänge, die jetzt durch Bomben gesperrt sein könnten. Da kommt man doch schon mal eventuell dazu, dass man dann vielleicht ein paar zu wenig dabei hat. Und bei dem Money-Counter kann man sich das schon mal gönnen. Aber ist natürlich kein Muss, also spart Zeit, wenn man es nicht macht. Deswegen auch völlig verständlich, dass er jetzt hier durchgezogen ist. Und in einer perfekten Welt würde Winter jetzt hier den Mirror in Pot finden, dann kann er direkt Pot Ice-San machen. Ich finde das immer ganz schrecklich, wenn du in einen Dungeon reinkommst und du hast direkt einen Raum, in dem du sich zwischen drei weiteren Eingängen entscheiden musst. Das ist doch das Beste, wenn es direkt am Anfang liegt und nicht erst nach dem Leben. Nee, ich mach das nicht. Keine Ahnung. Am besten ist dann immer, wenn man dann einen Eingang reingelaufen ist und dann später wieder in einem anderen rauskommt und weiß, okay, der ganze Strang ist quasi hinfällig. Aber auch hier, desto verzweigter und verwinkelter die ganzen Dungeons sind, desto größer ist der Vorteil, den Kato sich eventuell durch seinen Tracker erhoffen darf. Was? Den Biki kann man sich auch angeln? Okay, das wusste ich nicht. Das sehe ich, glaube ich, zum ersten Mal, dass da so ein Biki außerhalb von Hyrule Castle geangelt wird. Ja gut, der Vanilla Biki in Hyrule Castle ist ja quasi auch nur ein Keydrop vom Ball in Cengard. Ja. Aber Winter hier mit dem Knowledge. Aber du kannst ja auch keinen Bomben-Drop oder einen Rupee-Drop so angeln. Ach, keine Ahnung. So, Winter weiß auch hier, dass das ein Dead-End ist, aber immerhin noch ein Item gibt hier hinter dem, ähm, ja, Hera-Basement-Raum. Es kann aber auch required sein, dass quasi hier der Schalter umgelegt wird, dass man zurückläuft den ganzen Weg. Wir werden es sehen im Dungeon. Grundsätzlich kann man natürlich sagen, ähm, Boss-Räume sind immer in ihren Vanilla Transitions, soll heißen, ähm, die neun von zehn Boss-Räume sind ein Weg nach oben und der Ice Palace, äh, Boss-Raum ist ein Weg, äh, mit dem man nach unten geht. Wobei, Skullwoods ist auch anders. Da ist es quasi auch ein, da ist es quasi auch ein Weg nach oben, weil es ja ein super Teil ist mit dem Dropdown. Okay, der rechte Weg ist, äh, Fire Rod Locked, bleibt für Winter nur noch der Weg nach oben. Und zu Maria Locked. Und zu Maria. So, hier ist ja erstmal Wasserschelter Locked in die Richtung. Heißt aber auch nicht zwingend, dass er die Flippers in dem Dungeon braucht. Wenn er von der anderen Seite in den, äh, Raum reinläuft, dann kann er halt trotzdem das Item unter dem einen Pot mitnehmen und, äh, ja, weiß, dass er auf der anderen Seite nur das hier findet, wo er gerade ist. So, und währenddessen ist Kato still und heimlich nach Desert gelaufen. Wo einfach nur zwei Schlüssel auf uns warten. Ja, das war das Angesprochene. Haben einfach nur quasi ein Strang an Räumen hintereinander. Und es scheint required zu sein, dass man Desert dann von einem anderen Eingang betritt. So, und Kato jetzt vielleicht auch auf dem Weg zu seinem Hammer. Ja, und Pot scheint hier jetzt weiter so Maria Locked zu sein. Ja, Kato-Bud nimmt hier auch gerade nochmal einen Dropdown. Sprich, er nimmt in Kauf, sich hier irgendwie zu Softblocken. Ist aber jetzt eigentlich in dem Fall gar nicht so schlimm, weil er mit einem Safenquid eh wieder in Skullwoods landet. Ja, er hat ja auch den Big Key gefunden. Ah, und Winter hier zwei Räume hintereinander, die, äh, Fire Rod oder Bombard lockt sind. Der Dropdown führt auch wieder zur Big Chest, die kann er aber öffnen. Ja, und Kato hat jetzt auch die Motte gefunden. Wird gleich seinen Hammer bekommen. Ich hab damit der Vorteil von Winter dahin. Lässt sich hier im Gornpferd ein bisschen, ein bisschen ärgern. Ist immer nicht so angenehm, die Räume rückwärts rum durchzulaufen, weil das ist einfach nicht so gewohnt. Hat es jetzt dann doch ganz gut geschafft. Dann kannst du hier noch die Anti-Fairy pudern. Und kommt jetzt wieder daraus, wo er eben war. Also, Palace of Darkness ist, äh, Fire Rod und Somaria lockt irgendwie. Ich weiß nicht, warum er jetzt nochmal weiter reingeht. Ich glaube, da war kein Weg mehr, wo er noch nicht war. Was er ohne Fire Rod und Somaria machen kann. Ich glaube, hier unten bräuchte er sogar noch einen Schlüssel, um weiterzukommen. Ne, doch nicht. Aber ich glaube, er hat eigentlich schon beide Wege gesehen. Ja, da war er schon einmal. Also, da oben war, also, wenn er die Treppe nimmt in dem Raum, dann war er ja bei dem, äh, Ice Palace Eingangsraum. Ach, das stimmt. Ah, die Big Door hat er noch nicht genommen. Sim, die Big Door. Genau, also, für, für Winter wäre auch irgendeine Transition nach oben. Könnte der Hammer-Saw-Boss auf uns warten. Und er geht jetzt hier aber nur Wege nach unten. Genau, Kato hat jetzt auch einen Raum gefunden, der Somaria lockt ist in Skullwoods. Und ich glaube, er hat jetzt auch schon das größte Teil vom Dungeon gesehen. Oh, und weißt du noch, wie ich meinte, da hinten ist ein Raum vor dem Hera-Basement in einem Pod, wo man eventuell den Schalter für umlegen muss, damit man weiterkommt? Jetzt sehen wir hier ganz am Ende des Dungeons irgendwie Hammerpacks, oder nicht Hammerpacks, diese Schalter auf blau gestellt. Es kann ja required sein, dass man den Schalter bei dem Hera-Basement umlegt, wieder durch die ganzen Dungeon geht, um hier hinzukommen. Ich denke, Winter wird jetzt noch so weit zurücklaufen, bis er den nächsten Schalter findet. Ich würde an seiner Stelle, glaube ich, rausgehen, weil ich weiß, ich bin noch an mindestens zwei, drei Stellen Somaria Fire-Rot lockt. Ich weiß nicht, jetzt nach links kann er nicht laufen, weil wenn er da einen Schalter umlegt, dann hat er automatisch, äh, ah, da hätte er, glaube ich, weiterlaufen können. Da kommt er später in den, in den ersten Raum vom GT-Climb zurück, wo ein Schalter gewesen wäre. Aber er scheint einfach keine Lust mehr gehabt zu haben, jetzt nochmal durch das Contest zu müssen. Also ich glaube, er hätte da weiter gekonnt. Aber er hat sich jetzt aktiv dagegen entschieden. Ja, ohne Fire-Rot, ohne Somaria, glaube ich, ist es sinnvoll, einfach wiederzukommen. Fühlt sich aber, glaube ich, auch nicht so gut an. Ist wieder ein Double-Dip, den er eingeht, zusammen mit Eastern. Was er ja auch nicht im ersten Rutsch abschließen konnte. So, dann während Winter jetzt aus Pott raus ist, läuft Kato rein. Und das sieht mir jetzt fast aus wie ein Swamp-Play. Ja, Swamp ist Green Pendant. Also wir sehen jetzt, äh, einen Pendant-Dip. Auf Winterseite. Und Swamp ist auch nicht mehr mit dem Spiegel gelockt. Sprich, äh, wir haben nicht mehr die Vanilla-Lobby hier. Sondern irgendeinen anderen Raum, in dem wir nicht vorher den Spiegel, beziehungsweise den Damm draen müssen in der Light World. Und ich finde, der Eingang ist jedes Mal, äh, ätzend, wenn man den hat. So, und der Damm bleibt auch gedraint, ne? Also für, wenn wir irgendeinen Dungeon haben, wo dann dieser Raum vorhanden ist, und wir den Damm am Anfang, des Spiels gedraint haben, dann bleibt er die ganze Zeit gedraint. Ja. Und der Sumaria in Pendant Swamp. Jetzt könnte Winter sich eigentlich schon fast dazu entscheiden, rauszugehen. Man möchte anscheinend doch noch ein paar Räume mehr mitnehmen. Der ist auch huge, muss man dazu sagen. Wir haben jetzt in den Potschern sehr, sehr viele Räume Sumaria lockt gesehen. Wir haben in Skullwoods ein paar gesehen, in Eastern. ist auf jeden Fall required, würde ich behaupten. Hier direkt die Bickey neben der Big Chest. Und direkt der Boss auch noch. Können wir das Green Pendant abgeben? Ich bin gespannt, ob er nach dem Boss wieder reinläuft. Stimmt, und Thiefstown war ja auch von vornherein Sumaria lockt, sprich, Sumaria auf jeden Fall required. und Kata wird hier auch herkommen müssen. Ja, der macht jetzt seine Kaffeepause im Hera Basement von Palace of Darkness. Winter hat auf jeden Fall den richtigen Riecher, was die Major Items angeht. Hat den Hammer relativ schnell gefunden. Hat den Sumaria jetzt sehr gut gefunden. Ne, Stand jetzt war Kato ziemlich lange in Hyrule Castle und Aga Tower, wo jetzt keine Major Progression dahinter war. Dafür hat er schon das Attic in Eastern gefunden, noch nicht gesprengt, aber gefunden. Und was würdest du noch sagen, hat Kato jetzt auf der Plusseite? Er hat Eastern abgeschlossen, was den Boss angeht. Ah, stimmt. Das war's. Dafür Winter jetzt auf jeden Fall. Er hat schon Eastern einmal gedippt, er hat Pots schon einmal gedippt, noch nicht abgeschlossen. Dafür hat er die Major Items irgendwie alle vorher gehabt. Er hatte die Boots ein Stück vorher, den Hammer, die Handschuhe, jetzt den Sumaria. ist auf jeden Fall sehr, sehr interessant zu sehen, wie die zwei hier ihre eigenen Playstyles haben, finde ich. Man sieht auf jeden Fall eine größere Abweichung, als jetzt in einem Open oder Standard sieht. Und der Fire Rod auch. Boah, Winter macht hier richtig Progression in Pendant Swamp. Oh boy. Also, was ich am Anfang gecallt habe, nach dem Sumaria hätte man schon rausgehen können, wäre auf jeden Fall das falsche Play gewesen. Richtig strong. Oh, das könnte jetzt vielleicht ein bisschen doof sein, je nachdem er... Ja, die rechte Tür ist nämlich nicht Small Key Lock. Jetzt hat er den Key schnell ausgegeben, wahrscheinlich, weil er noch so hyped war von dem Fire Rod. Was dafür macht Kato hier? Moment, war er gerade unten im... im Ice Palace Room? Ich hab's... Nee, muss ein anderer Raum gewesen sein, ich muss ihn gerade verwechselt haben. Ich kann mir vorstellen, dass Winter jetzt zum Beispiel Swamp Palace ein bisschen weiter reinläuft, einfach weil er das Attic noch nicht hat. Und zumindest eventuell mit der Karte oder dem Kompass so halbwegs auf Nummer sicher gehen möchte, dass... oder wissen möchte, wie viel er in diesem Dungeon noch liegen hat. Ja. Normalerweise hat Swamp Palace ja sechs Items und in diesem Modus kann... Ich glaub, das Größte, was ich gesehen hab, waren einmal 28 Items in einem Dungeon. Oder 27, glaub ich, in Misery Mire. Also mindestens... Mindestens acht Items haben... haben... ja, die Crystal- oder Pendant-Dungeons. Das ist so die Mindestzahl, die Mindestgröße auch den Dungeon haben muss. Nicht einfach nur Bossraum und fertig. Ja. Genau. So, wird er auf jeden Fall jetzt schon mit der Karte unterwegs, sieht, okay, er hat jetzt schon vier von sechs Schlüsseln. Scheinen die aber noch nicht ganz genug zu sein. Macht auf jeden Fall Sinn, ein bisschen weiter in die Dungeons reinzugehen, wenn man das Attic noch sucht. und ich sag jetzt mal nicht noch mal, dass es sich fast lohnen würde, jetzt wieder rauszugehen, nach dem Sumario und dem Fire-Rod. sag's noch mal, sag's noch mal. Vielleicht findet ihr ja noch Eisrall hier drin. Was man auf jeden Fall sagen kann, wenn man diesen Raum von Palace of Darkness findet, dass man, glaube ich, auch die die anderen Palace of Darkness-Räume haben muss, weil die Warps sind, genau, okay, da sieht man es jetzt auch schon, weil die Warps sind Vanilla. Das heißt, da sind noch mal mindestens zwei Items. Genau, hier haben wir die Vanilla Bicky Chests hier oben in der Mitte von diesem, ich weiß gar nicht, ob das jetzt die Lobby ist oder wie die genau heißt, die wir jetzt gerade am Rand gesehen haben und die nach dem Dropdown. Main Hub oder wie auch immer man das nennen möchte. Oh, den Weg nach oben hat er ja schon gesehen. Ja, da ist er einmal rückwärts rum durchgekommen, genau. Und Kato sieht jetzt hier auch von diesem Swamp-Raum in Palace of Darkness dass man da den Schalter umlegen muss. Aber auch er hat kein Sumaria, kein Fire Rod und ist dann auch in Pod ziemlich weit gelockt. auf Winterseite haben wir jetzt noch nichts gesehen, was ihn irgendwie weiter locken würde in dem Dungeon. Also er wird auf jeden Fall Stand jetzt die Möglichkeit haben, an diese letzten Checks noch dran zu kommen. Ich weiß gar nicht, ob er hier schon mal runtergesprungen ist. Nee, noch nicht. Und bei der Größe und bei dem, was wir von dem Dungeon schon gesehen haben, könnte es gut sein, dass die Treppe ihn vanillamäßig zur Big Key Chess bringen würde. So ist es auch. Also das musste ich so sein. Du jinxst schon wieder. Hey. In diesem Fall ist es aber so. 12 von 13, 5 von 6, genau. Unten in dem einen Dropdown, den er noch hat, ist noch ein Small Key. Damit weiß er auch oder könnte er wissen, dass es Etik nicht in Swamp Palace sein kann. Genau. Genau. Und jetzt geht er zurück in die Dungeons, die ihm vorhin zu Maria lockt waren. Scheint sich jetzt auch zuerst für Eastern Palace zu entscheiden. Aber weil er den Mirror noch nicht hat. Sprich, Eastern into Pot. Und gibt das Green Pendant vorher ab. Und genau das, was Holy schreibt, Winter kann sich jetzt in einem Dungeon komplett bewegen, hat alle Items, die uns in einem Dungeon irgendwie einschränken würden, wenn wir die nicht haben. Also Winter kann jetzt jeden Dungeon full clearen, wenn er unbedingt möchte. Außer der Ice Road für Trinex. Ja, genau. Wir können auch nur für ihn hoffen, dass er jetzt das Etik hier findet. Weil, äh, sobald man das hat, ist man doch so ein bisschen eher dazu geneigt, ein bisschen was zu skippen. Selbst wenn man jetzt noch nicht alle Items aus einem Dungeon raus hat. So, gerade jetzt auch mit dem Sumari, ja? Hat sich auch dagegen entschieden, nach, äh, Crystal Ice Palace zu gehen, ohne vernünftige Feuerquelle. Oh, drei Smallkeys hier für Winter. Ich glaube, die hätte man auch schon vorher holen können, oder? Oder waren die gerade gelockt? Auf jeden Fall kann er jetzt in Eastern Palace ordentlich weitermachen und Kato holt sich hier das Green Pendant ab. Ja. Und hoffentlich auch das Etik aufsprengen. Ich hoffe, er findet es vor dem Boss. Bin sehr gespannt, was Kato jetzt macht, tatsächlich. Aber wenn er rausgeht, wäre das fatal. Da ist noch der Fire Rod in Swamp. Ja. Aber er hat das Etik schon gesehen. Also, er hat jetzt ein Major Item rausgezogen, was ihn vieles öffnet. Ja. Er geht wieder rein. Da ist einfach Storos Erfahrung. Also, für diesen Raum könnte man auch eine Bombe an der Kante nach oben werfen. Und dann könnte man das auch schaffen. Für alle, die jetzt denken, ist der Raum Boomerang lockt, oder was? Das geht auch mit einer Bombe. Noch haben wir bei Winter gesehen, aber desto öfter du dich hier aus dem Dungeon wieder rausmirronen musst, es kostet jedes Mal eine Bombe und da kommt man relativ schnell dann irgendwann Richtung Null. Und ich kann dir auch gar nicht mehr genau sagen, welchen Weg Kato für das Etik eingeschlagen hat. Nee, da müssen wir mal seinen Tracker fragen. Ah, doch, Kato ist hier nämlich gedroppt und dann die Treppe wieder hochgelaufen. Das wird Winter jetzt, nachdem er hier einen Dead entfunden hat, auch machen. Stimmt, da war der Boss, ne? Ja. Oder er droppt und entscheidet sich erstmal nach links zu laufen. Das kann ich mir auch vorstellen. Ich weiß es nicht genau. Havid Daruk schreibt, wenn Winter jetzt nach dem Boss rausgeht, hat er auf jeden Fall ein großes Problem, dann würde das Etik wahrscheinlich last locaten. Oh, er geht erstmal links. Das ist, glaube ich, gut für ihn. Ich glaube, hier kommen wir nämlich zum Etik, wenn wir hier die Treppe hochgehen. Ich bin mir aber nicht mehr sicher. Ja. Ja, Vanilla Etik hatten wir gesehen. Strong. Und damit würde ich behaupten, sind die zwei sehr, sehr ausgeglichen, wenn Winter jetzt hier den Dungeon abschließt. Was die Crystals angeht, auf jeden Fall. Und Winter ist tatsächlich dann auch näher an Pott dran. also ist alles wieder möglich, alles even. So, jetzt geht er den Weg einfach zurück, geht die Treppe hoch und dann hat er zusätzlich auch noch den Boss gemacht. Ach, stimmt, so rum ist das... Er hätte einen Fire Rod gehabt. Oder sogar die Lampe, ja. Ja, hat er alle Möglichkeiten. Vielleicht hat er Angst gehabt, dass er was despawnt. So kam er jetzt ja auch mit dem Fire Rod. Ich hoffe, Winter erinnert sich jetzt an die Treppe. Ich hab sie schon mal vergessen. Aber das ist Winter, der macht das schon. Hat jetzt hier auch den Big Key um hier die obere Tür zu öffnen, wie die Truhe. Zumindest wird er ja noch so lange in den Dungeons sein, bis er den Boss gefunden hat. Und die Flöte hat Kato auch noch nicht gesehen. Ist auch auf jeden Fall ein Go-Mode-Item. Oh, Kato ist aus dem... Warte, ist Kato der Starcross entlang gegangen? Nee, wir hatten ein... Nee, da waren wir noch nicht. Wir sehen da gerade Neues auf jeden Fall. Nee, ich schätze, der... War das ja Starcross? Doch, das müsste das Starcross-Rune mit den vielen Smallkeys gewesen sein. Da dürfte wahrscheinlich doch so Mario-Look gewesen sein. Ja, ja, ja. Oh, der Ice Rod, der sich tarnt als Karte. Okay, warte, warte. Ist Winter damit schon in Go-Mode? Fragezeichen. Genau. Graubt mal eure Vermutung in den Chat. Er braucht halt noch... Nee, IFA braucht er noch. Also er braucht die Medaille jetzt auf jeden Fall. Ja, wir haben TA schon gesehen. Das war natürlich nur eine Frage-Antwort-Rate-Spielchen. Ja, ja. Ja, ja. Ich wusste, ich wusste das ja schon. So, Winter sucht jetzt hier noch den Boss. Den hat Kato schon gefunden gehabt. Ich glaube, er erinnert sich an die eine Treppe. Währenddessen irrt Kato hier noch ein bisschen oder läuft noch ein bisschen durch Swamp. Irren ist ja immer ein negatives Wort. Dürfst du dann aber auch gleich da oben seinen Kompass finden und dann sehen, dass er nur noch ein Eitel braucht. Winter, Winter. Schön, er hat gerade auf die Map gewechselt. Lauf die Treppe hoch. Schön. Hast du gerade gesehen, wie er die Map benutzen wollte, glaube ich, und dann von der Feierkugel runtergestoßen wurde? Müssen wir auf jeden Fall hinterher fragen. Oh ja, das müssen wir aufschreiben. Was wir auf jeden Fall bei Winter gesehen haben, wenn du den Kompass eines Dungeons hast und dich eine Transition von dem Boss entfernt auffindest, wenn du eine Transition vom Bossraum entfernt bist, dann blinkt oben links in der Ecke ein roter Punkt. dann weißt du, okay, ich könnte gleich den Boss finden. Hat aber auch erst geblickt, nachdem er runtergefallen ist, ne? Ja. Finde ich super. So, Winter entscheidet sich jetzt aber auch erstmal gegen Pot. Hat er das Attic gefunden und ich denke, mit dem Sumaria würde er sich jetzt Richtung Thiefstown aufmachen. Flöte aktivieren und ich glaube, er wird sich vielleicht einen kleinen Vorteil jetzt daraus erhoffen. Vielleicht hofft er, okay, vielleicht hat der Kato das Attic noch nicht gefunden. Ich laufe jetzt nach Thiefstown, nutze auch meinen Sumaria aus Pendant Swamp und schau mal, was ich da vielleicht Gutes mitmachen kann. Ja, Kato geht auf jeden Fall zurück nach Eastland, weil er das Attic schon gesehen hatte. Konnte es nur nicht aufspringen, weil er Keylocked war. Genau. Bei Kato ist jetzt nur die Frage, ob er die Flöte vorher findet. Also das Attic kennt er auf jeden Fall, das wird er auf jeden Fall machen. Aber die Flöte als Go-Mode-Item hoffen wir mal, dass er die nicht skippt. Wird er nicht. Ah, stimmt, der Ice Rod war ja auch in Eastern Palace. Ja, würde er jetzt aber auch haben im nächsten Raum. Also wir sind jetzt nur noch im Medaillen-Mode. Der Mirror fehlt nicht unbedingt für Go-Mode. Ah, doch, stimmt. Nee. Desert Palace ist ein Pendant. In Desert kommen wir nicht weiter, außer wir haben den Mirror, aber Desert müssen wir ja vielleicht gar nicht abschließen. Genau, der Mirror hat eigentlich nur noch Required, wenn tatsächlich ein Requiredes Medaillen noch auf dem Pad liegen sollte, richtig? Oder in Desert, ja. Oder in Desert, ja. Genau, wir sehen auch bei beiden, dass Swamp schon abgeschlossen ist, sprich, die konnten ohne Mirror nach Swamp rein. Für Misery Maya benötigen wir gar kein Mirror. Wir können dann die zur Sechs flöten, da den Stein hochheben und dann sind wir ja schon in der Dark World beim Misery Maya. Genau, oder auf Spiegelchecks. Daru rettet mich hier. bei Winter sehen wir jetzt erstmals das Innere von TT. Okay. Ja, Winter vielleicht sogar ein kleines Stückchen vorne, würde ich fast behaupten. Ja, würde ich auch sagen, stand jetzt. Wacato weiß natürlich genau, wo das Attic ist. Mit seinem Tracker hat er da leichtes Spiel, das wiederzufinden. Oh, der Bicky von Thief Sounder ist auch immer gut, wenn man den früh hat. dann kann man die Maiden beim ersten Besuch, wenn man da diesen Raum findet, direkt schon mitnehmen, wenn man das Attic aufgesprengt hat und den Bicky hat. Genau, ist tatsächlich auch ein Dungeon, in dem man sich sicher sein kann, dass man den Bicky auf jeden Fall braucht. So, Kato hat jetzt auch das Attic aufgesprengt und geht für das letzte Item, was er nur so noch mal rein. Außer ich wüsste ganz genau, was mir noch fehlt, würde ich glaube ich da nicht wieder reingehen. Ja, Winter hat hier das, okay, mach dir den Raum auf, ich dachte kurz, okay, er will sich eventuell eine Fee holen, aber scheint dann doch das Superteil vielleicht verwechselt zu haben. Und wir sehen die Eisarmos auf Winterseite und der nimmt sich leider oben aus dem Pot nicht noch ein paar Smallkeys mit. Ich glaube, da wären ein paar drin gewesen, richtig? Pfeile meinst du, oh ja. Ja, ja, genau. Ein paar Smallkeys. Habe ich Smallkeys gesagt? Oh mein Gott. Es ist spät. Er entscheidet sich jetzt hier mit Swordbeams gegen Amos zu kämpfen. Ja, angenommen, man hat keine Pfeile oder keinen Bogen, dann ist Swordbeams ohne Burner. Wirklich eine sehr sinnvolle Methode. Oh, die hat er jetzt verloren. Ja, geh jetzt auf ein paar so Marias-Trads. Ah, mit Schwert zieht sich dieser Kampf. Und man sieht schon, er hat zwar Tempered Sword, aber die Amos Knights, die halten dann doch ziemlich viel aus, wenn man sie mit dem Schwert bekämpft. Hat sich aber für den letzten noch die Pfeile aufgehoben. Oh, Thiefstein scheint auch ein größerer Dungeon zu sein. Neun Small Keys. Bei Kato sehen wir jetzt direkt den Check, ob Misery Meyer auch Ither lockt ist oder ob wir schon reinkommen. Oder eventuell auch Bomboss. Und wir brauchen auch Ither. Damit für beide Runner Ither Go Mode. Winter hat ja auf jeden Fall schon mal den Raum gefunden, wo die Maiden sich auffällt. wird sich auch jetzt mitnehmen. Er weiß, okay, er kann eigentlich in Dungeons alles machen. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn. Sprich, wenn er den Bossraum findet, dann ist er durch. So, dann rechnen wir hier auch noch mal kurz in Thiefstein. Also wir haben jetzt schon 11 von 16 Items. Drei weitere Items sind nur Small Keys. Bedeutet, wir haben schon mal die Information über 14 von 16 Items. Es sind noch zwei unbekannte Items in Thiefstein. Genau, hier nochmal ein Smokey auf der Torch. Das ist auch ein super Teil. Sprich, links ist immer diese Desert Palace Big Chest. Oh, für die Hard Magic. Da ist nur noch ein Item, das wir nicht kennen, in Thiefstein. Wenn man jetzt auf dem Boss liegt, ist das für Winter eigentlich relativ angenehm, falls ihr den Bossraum jetzt relativ schnell findet. Oh, roter Punkt bei Winter. Wahrscheinlich ist der rechte nebenan. Hat hier zwei Möglichkeiten, wo der Boss sein kann. Den Key muss man zum Beispiel gar nicht ausgeben. Man hätte auch über den rechten Eingang hochgehen können und dann die Statue da verschieben. Nur falls man den Modus spielt und auch in die ähnliche Situation kommt. Boah, wir sehen jetzt bis hierhin ein wunderschönes Blinds Crypt bei Winter. Sehr, sehr schön gemacht. Kato ist im Ice Palace unterwegs. Kato ist genau wie Winter auch in keinem Dungeon mehr durch Items gelockt. Also kann sich auch in allen Dungeons frei bewegen. Und dann ist das einfach Präferenz, wo er jetzt als erstes nach dem Aether sucht. Bietet sich natürlich an, wenn man zuerst in Crystal Dungeons, die man sowieso abschließen muss, nachschaut. Und da ist nur fünf Items. Habe ich eben gelogen anscheinend, dass man mindestens acht Items haben muss. Anscheinend. Hättest du es jetzt nicht gesagt, wäre es keinem auch gefallen? Äh, ich meine natürlich, ähm, die Karte auf, auf, äh, Cold Stair zu ersetzen. Es kann sein, dass man irgendwie acht Door Transitions oder sowas drin hat. Ich bin mir da auch nicht mehr genau sicher. Auf jeden Fall gibt es so eine Mindestanzahl an Sachen, dass Dungeons nicht nur aus einem Raum bestehen können. Genau. Wie du gerade gesagt hast, die Karte ist auch Cold Stair. Sprich, äh, Kato hat den Dungeon hier gleich gefolgliert. Winter jetzt auch in Ice Palace. Und der hat auch gerade, falls es nicht aufgefallen ist, ein Herzteil, äh, ein Full Heart von Blind bekommen. Sprich, Thief Sound ist für ihn auch leer. Ist mal ganz angenehm, wenn man das Attic schon gefunden hat und weiß, die letzten Items in dem Dungeon sind nur noch Smallkeys, die ich nicht brauche. So, Kato scheint hier jetzt ein bisschen Magie zu saven oder ich weiß nicht, ob er von vornherein genug hatte. Auf jeden Fall, wenn man Pfeile schießt, in dem Moment, wo man den Fire Rod benutzt, ähm, kann man sich etwas Magie sparen, weil die Eishülle dann auch Schaden nimmt, auch durch Pfeile. Das gleiche geht auch mit Swordbeams. Genau. Und er hat es auf jeden Fall mindestens ein, vielleicht sogar zweimal geschafft, diesen, äh, Magie-Safe zu machen. Und wenn ich mir seinen Magie-Count so angucke, dann, glaube ich, war das sogar required. Oh, kein Smallkey im ganz Eis Palace. Oh, ich bin da jetzt direkt auf dem Weg zu kurz, ja? Da rechts die Truhe nimmt sich auf jeden Fall noch mit. Ist auch ein super Teil, da weiß man, wenn man hier oben rechts die Tür durchgeht, dann kommt man auf jeden Fall, äh, unten an die Truhe dran. So, was macht Kato als nächstes? Das hier einmal das Powder checken. Ähm, ja. Sonst könnten wir uns auch irgendwann mal, was wir uns noch ansehen könnten, ist Tower of Hera. Den könnte man clearn. Äh, ansonsten bleibt gar nicht mehr so. Ihr Pod jetzt. Moment, ich frage gerade in den Chat, ob Kato schon führt. Da würde ich eher sagen, dass Winter gerade tatsächlich ein bisschen, äh, den Vorteil hat. Also Winter jetzt hier gleich mit einem Crystal mehr unterwegs. Hat, äh, Thief Sound schon gefulcleared. Und, äh, ja, je nachdem, wie viel ein Pod noch ist, äh, ist ja dann schon auch gar nicht mehr so groß. Ich finde die Karte null von null. Kato ärgert uns hier so ein bisschen mit der, äh, mit der Flöte. Als würde er wissen, dass wir gerade sein Audio hören. Normalerweise hört man ja meistens so ein bisschen das Audio von dem, der vielleicht ein bisschen erhärt ist. Könnte jetzt so uns darauf fließen lassen, dass er sich gut fühlt in dem Seed. Oder was meinst du dazu? Ich glaube, äh, Ich mach das auch gerne für mich. Du hörst das einfach gern. Ja. Oh, Winter fulgiert Eisbälle es nicht, so wie es ausschaut. Ähm, ja, wir wissen, dass da auch nichts drin war. Er lässt da jetzt was zurück. Das ist schon massiv hier reininterpretiert, auf jeden Fall. So, Kato ist jetzt wieder in Pop drin. In der ersten Szene, die wir schon gesehen haben, die auf jeden Fall, äh, zu Mario und Fire Rock blockt war. Und uns erreicht auch hier die Frage, ob danach noch ein Spiel kommt. Äh, für heute nicht. Morgen gibt es um 18.30 Uhr Max Hantulos gegen Death King. Heute Abend ist das hier das einzige Spiel aus dem, äh, Doors Mini-Turnier. Genau, wir haben jetzt, glaube ich, schon fast alle Spiele, also jeweils ein Spiel an einem Tag gehabt. Ich glaube, gestern ist, äh, kurzfristig noch ein weiteres Spiel dazugekommen. Saber gegen, äh, Terra Nigma-Hack. Aber ansonsten haben wir alle Spiele hier auch schon gezeigt. Und wenn das hier weiter so geht, mit, äh, jeden Tag ein Spiel, dann haben wir auch eine relativ gute Chance, sehr, sehr viele Spiele von diesem Turnier zu sehen. So, Kato gleicht hier aus mit den Crystals. Hat zuerst Pot abgeschlossen. Und geht auch wieder rein. bei Kato, finde ich, sehen wir hier so ein bisschen, äh, die Full-Clear-Strat. Ist sehr, sehr gründlich in den Dungeons. Versucht, äh... Geht auch hier für ein Item wieder rein. Denn auch hier kann man sagen, jeder Dungeon hat eine Map und einen Kompass. Ähm, also die Karte fehlt noch und dann hat er sieben von acht. Gut, in dem Raum ist ein Item, ja. Für ihn hoffentlich, äh, nicht die Karte. Das ist die Karte, natürlich. Schade. Und es wäre auch kein Small Key mehr. Oh, Winter sieht hier den Boss. Achso, stimmt, den hat Kato ja auch eben gehabt. Da hab ich nicht hingeguckt. Aber Kato jetzt hier mit dem safeen Quid? entscheidet sich, das eine Item in, äh, Pot liegen zu lassen. Es ist in meinen Abwägen. Wie viel, wie viel Zeit möchte ich noch investieren, um ein einziges Item zu suchen? Gegenüber, was kann ich noch machen? Ähm, Tower of Hera ist noch komplett unberührt. Ähm, ja, was ist noch gerade offen für uns? Äh, Tower of Hera und Thiefstown ist für Kato natürlich auch noch, äh, ein unbeschriebenes Blatt. Achso, Keydrop 20er von der Qualle, er hat's nicht aufgesammelt. Okay, okay. Okay, okay. Sehr gut. Also, alle Items raus aus, äh, aus Pot. Ja, dann doch Kato weiter mit seinem Full Key unterwegs. Ja, finde ich nicht verkehrt, aber, äh, das zeigt, finde ich auch, dass er sich sehr, sehr gut mit seinem Tracker fühlt und, äh, dass ich das auf jeden Fall erlauben kann, aus seiner Sicht. Er sich halt, äh, ich denke mal, im Doar sehr, sehr zu Hause fühlt und hier auch mit dem Tracker sehr, sehr gut durch die Räume manövriert. Genau, und, äh, Winter sieht jetzt gleich das erste Mal, welches Medallion er überhaupt für Misery Maya braucht und ob er da schon reingehen kann. Und, äh, laut unserem Tracker, dem Puma, weiß Kato auch noch nicht, äh, welches Medallion für Turtle Rock benötigt wird. Okay, aber auch an Winterstelle finde ich das Play jetzt gar nicht doof. Saved sich jetzt hier ab, um zu gucken, ob er in, äh, den letzten, eventuell offenen Crystal Dungeon rein kann. Sprich, äh, geht hier relativ aggressiv auf die Crystals. Jetzt hat er zwei Möglichkeiten, entweder mit dem, äh, ja, mit dem Buch auch einmal in Desert Palace reingucken, gucken, was er machen kann, oder, äh, Tower of Hera reinzugehen. Und bei Kato sehen wir jetzt, äh, Thief Sound, wie gesagt, immer noch. Ähm, den hat Winter ja schon abgeschlossen. Da wissen wir auch, dass da nicht das Ether zu finden ist. Genau. Winter hat auch Thief Sound komplett, äh, leer geräumt. Ich glaube, wir hatten 16 Items und 9 Small Keys. Heißt, das wird für Kato auch ein kleines Weilchen dauern, bis er hier durch ist. Wenn er auch auf den Full Clear geht. Ja, und Winter ist da mit der Red Bomb unterwegs. Genau. Zwei Items for free. Ja, und dann gehen den Runners auch so langsam die Checks aus, ne? Wir haben eigentlich in fast allen Dungeon alles gesehen. Tower of Hera bleibt jetzt noch offen, wo wir mittlerweile hinkommen mit, äh, Hammer und Hookshot. Nee, in Hera waren wir noch nicht und in, äh, Desert Palace haben wir bis jetzt, äh, nur einen Raum mit zwei Schlüsseln für uns gesehen, äh, mehr nicht. Und Iver. Und hier ist das Iver. In der Pyramide. Winter ist in Go-Mode. So, Winter vor Kato im Go-Mode. Ich weiß nicht, wer darauf getippt hat. Am Ende wird abgerechnet, also, zuerst in Go-Mode sein, das sagt nix. Man kann sich noch in GT verlaufen, in, in Turtle Rock und in Misery Maya. Ja, Turtle Rock hat sehr, sehr großes Verlaufpotenzial. Aber Winter scheint sich jetzt so über das Iver gefreut zu haben, dass er hier aus Versehen mal kurz auf die falsche Position, äh, flötet. Sucht Wülchen nämlich der zweite Rundengegner von, äh, Mia. Ja, deswegen auch für den Commentary, da forschst du dich quasi gerade selber deine Gegner zu scouten. Also nicht ganz uneigennützig hier auch, äh, äh, ich habe auch vorher nicht in die Prognosen geguckt, wie, äh, wie abgestimmt wurde, was sich, äh, Leute vorher gedacht haben, wer hier gewinnt. Da war die Meinung ziemlich eindeutig für Cut-O-Bart, ich habe nachgeschaut. Ich weiß, wer auf Winter getippt hat. Aber, äh, wie du gesagt hast, wir haben noch eine Menge von dem Run vor uns, vorausgesetzt die Bosse liegen hier so ein bisschen versteckt. Hier kann noch alles passieren, auf jeden Fall. Aber ich finde, das lässt sich auf jeden Fall sagen, dass, äh, Winter ist jetzt auf jeden Fall schon ein Stück weit in der Hand hat. Also, wenn er jetzt hier schlau durch die, durch die Dungeons manövriert relativ schnell die Bosse findet und seinen Vorsprung halten kann, dann, äh, muss Cut-O sich auf jeden Fall strecken. Was man im Go-Mode natürlich immer bevorzugen sollte, sind irgendwelche Transitions nach oben. Wie schon ein paar Mal angesprochen, die Bosse sind, oder auf jeden Fall die verbleibenden Bosse sind alles in Räumen, die eine Transition nach oben haben. Also, wenn man die Wahl hat, sollte man das nehmen. Boah, Winter geht hier jetzt auch sehr, sehr aggressiv vor. Überspringt die Chess, die er hier noch hätte mitnehmen können, für einen eventuellen Key. Na, zumal, wenn man den Big Key noch nicht hat, sollte man, glaube ich, die Dungeons erstmal so clearn, als wäre es ein Full Clear. Ja, würde sich eventuell anbieten. Und Kato wird jetzt auch mit der Maiden dann das letzte Item aus Thiefstown rausziehen. So ein bisschen die Frage, wann er zu Pyramid Ferry gehen wird. Ich kann mir auch vorstellen, dass er das relativ bald macht. Ja, bis auf Pendant Dungeons bleiben und die Pyramide bleibt ihm auch nicht mehr viel. Dann haben wir hier ein ziemliches Kopf-an-Kopf-Brennen, wer zuerst die Bosse findet. Oha, wie blau das Wasser aussieht hier. Ja, wir haben auch immer so ein bisschen Pallet Shuffle mit dabei im Doors. Mitte ärgert sich jetzt, dass er den Big Key nicht hat. Ich hoffe tatsächlich nicht, dass er hinter dieser Firelock-Chest liegt. Darf ich jetzt hier nochmal Muldam 2 besiegen? Äh, Muldam 2. Oder auch nicht. Stimmt, der bleibt. Okay, wusste ich nicht. Ist tatsächlich auch so, wenn du aus dem Dungeon rausgehst und wieder reinkommst, ist der Boss immer noch besiegt. Nehmt jetzt hier den ersten Dropdown. Scheint required zu sein. Und Iva liegt auf der Pyramid Ferry. Und das sieht so aus, als würde Kato da jetzt auch direkt hinlaufen. Winter, also, äh, ah, wir hätten, wir hätten vielleicht stoppen sollen, wann er in Missouri Maya reingegangen ist. Aber ich würde überhaupten, drei, vier Minuten hat er auf jeden Fall momentan. Oh, da sieht er neue Räume und geht aber erstmal nicht die nördliche Transition. Gut, in dem Fall ist das hier ein Warp-Raum, das heißt, nach links geht es sowieso nicht weiter. Hat jetzt vier Small-Keys, aber kein Big-Key. Ja, er kann nur hoffen, dass er den Big-Key nicht vorhin geskippt hat. Aber sonst wissen wir in Missouri Maya auch noch nicht so viel. Wir haben noch keine Karte, noch keinen Kompass gefunden. So, Kato jetzt auch in Go-Mode. Den Big-Key braucht man nicht zwingt, aber es könnte ja sein, dass es hinter einer Big-Key-Door ist oder so. Zwingt braucht man den nicht. Und wir spielen hier auch kein GT Big-Key-Guessing-Game, weil wir erstens nicht wissen, wie viele Zahlen das haben kann und auch nicht, ob wir den überhaupt brauchen. Oh, und der Big-Key liegt hier. Okay, der hat jetzt den Big-Key gefunden. Kann sich jetzt so halbwegs auf der sicheren Seite fühlen. Hat er noch zwei Small-Keys über, sprich, äh... Falls er da einen Small-Key geskippt hat, hat er vielleicht Glück, dass man, äh... einen vielleicht irgendwo scammen konnte. Big-Key-Ride-Sign. Stimmt, im Haupt-Room lag der Big-Key hier für Misery-Meyer. Ah, stimmt. Und mit dem Raum hier, den Kato hat, äh... wo man einen Small-Key nicht ausgeben muss, zwangsläufig. Ähm, ja. Und Winter sieht hier den roten Punkt. Er sieht, der Boss ist nebenan, aber er kommt nicht hin. Ich glaube... Ja, er müsste jetzt... Er müsste rausmirrern. Quasi, äh... Nochmal zurück in diesen Fire-Locked-Raum reingehen und den Dropdown nehmen und dann die linke Tür unten. Die linke Tür wird wahrscheinlich zum Boss führen. Er hat vorher nur die Rechte genommen. Wundert mich grad ein bisschen, dass er das jetzt nicht macht. Also Kato wird das wahrscheinlich wissen. Ich bin auch grad noch verwirrt. Hat hier wieder ein Dead End. wird rausmirrern. Vielleicht wird das jetzt machen. Jetzt sehen wir auch auf Kato's Seite, was Winter vorhin geskippt hat. Also, das kann gut sein, dass Kato Bart den Dungeon hier viel schneller abschließt und dann sind wir hier. Ja. Wenn der Boss wirklich so früh liegt, dann hat das hier großes Potenzial. Winter, warum gehst du wieder nach unten? Ab jetzt gibt's auch keinen Vorsprung mehr, weil der, der den Boss zuerst findet, der... Hier, das ist das Superteil mit deinem Boss, Winter. Ja, mir würde das aber auch nichts sagen, also... Hm. Er muss den anderen Dropdown nehmen. Jetzt hat er's, glaube ich. Also, nicht den anderen Dropdown, aber die andere Tür nach dem Dropdown. ist sehr gefährlich, dass der Boss so früh liegt für Winter. Hier hat Kato auf jeden Fall eine große Chance aufzuholen. Und er läuft wieder nach unten. Winter, was ist das? Nee, Winter scheint hier los zu sein. Ich wär's aber auch. Verdammt. Ja, Duden meint, man muss oben runter droppen und dann den anderen Weg gehen, den den Winter noch nicht gegangen ist. Ja. Genau, hier haben wir wieder den roten Punkt. Ich glaub, der ist wirklich lost, aber ich wär's, wie gesagt, auch, ähm, wenn Duden das jetzt nicht gesagt hätte, dann... Kato nimmt jetzt den linken Weg und wir sehen, es ist direkt der Boss. Kato hat hier aufgeholt und überholt. Und das, obwohl Winter so viel früher in Misery Meyer drin war. war kurz auf einem halben Herz runter. Kannst ich grad noch so retten mit der Gu. Ja, du hast immer noch alles möglich. Obwohl Kato wahrscheinlich fast 5-6 Minuten später den Go-Mode hatte, äh, überholt er hier. Das ist aber auch tatsächlich echt ein richtig fieser Weg zum Boss. Wenn man das nicht kennt. In Meier verlaufen? Wie geht denn sowas? Ja, ähm, jetzt findet er es wahrscheinlich. Und da meinst du die linke Tür, ne? Ja, natürlich. Er ist vorher nur rechts gelaufen. Ah, das wird ihn ärgern. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn wir es ihm nachher erzählen, dass er hier, äh, riesigen Vorsprung hatte. Aber das, was für Kato vorhin gezählt hat, zählt jetzt natürlich auch wieder andersrum. Wir haben noch einen Turtle Rock vor uns und einen GT. Wir können ja mal, äh, kurz die Zeit stoppen oder auf die Uhren gucken oder auf die Uhren gucken. Wenn beide Turtle Rock betreten. Genau. Dürften bestimmt so zwei, zweieinhalb Minuten sein. Wer kommt schon auf die Idee, in schwarze Löcher zu fallen? Ja, ein Vanillespiel muss man es normalerweise nie machen, auch im normalen Rando nicht. Aber Winter ist ja vorher schon mal reingesprungen und hat die andere Tür genommen. Also das, das Wissen war da, aber ich denke, er hat wahrscheinlich die einen Tür irgendwie ausgeblendet. So gerade jetzt bei einer Minute, 43 und 11 Sekunden in TR. Ja, Doors ist auch ungefähr der einzige Go-Mode, wo man noch Kisten aufmacht, so richtig. Weil man nicht weiß, braucht man noch Smallkeys, braucht man Bigkeys. So, bisher ist die A war relativ geradlinig. Wie Sie gesehen, hier ist noch ein Loop in denselben Raum. Also, viele Wege gab es hier bisher nicht, wo man irgendwelche Abzweigungen nehmen konnte. Kato lässt da die eigene Chest zurück. Kato geht jetzt, so wie es aussieht, auch relativ aggressiv auf Doors nach oben, nördliche Transitions. 1,44, 22, also eine Minute 11 Vorsprung für Kato gerade. Ja, auf jeden Fall ein Vorsprung, der auch im normalen Rendo auf jeden Fall aufholbar wäre und im Dorf dadurch alle Male. So, im Winter ist die Kato relativ nah schon auf den Fersen. wird jetzt auf jeden Fall das Routing hier innerhalb der Dungeons ausmachen. Wer hier am Ende zuerst die Bosse findet oder aus TA wieder raus ist. Winter findet hier noch das Dark Maze. Und Kato ist zuerst bei Trinex. Hat sich vorhin in dem Thiefsturmraum für den rechten Weg nach oben entschieden. Da ist Winter tatsächlich noch ein gutes Stück von entfernt. Aber hat hier den einen Weg komplett abgeschlossen und wird jetzt wahrscheinlich hat er doch noch eine Abzweigung gehabt? Nee. So, jetzt könnten wir mal gucken, wenn Kato aus Turtle Rock raus ist. 1,46 und 53 Winter Winter ist ihm hier tatsächlich sehr nah auf den Fersen findet jetzt auch sehr schnell den Boss Meinst du da ein bisschen aufgeholt vielleicht von einer Minute 11 ist schwer zu zu sagen zu sagen mit der Crystal Animation ist halt den einen Weg extra gelaufen aber Kato hat im vorderen Teil von Türen mehr gemacht das dürfte sich nicht so viel nehmen und kann entscheiden sich jetzt auch durch die zurück zu laufen auch ein Vorteil für seinen Tracker da wird ihr den Weg relativ schnell finden weil wir haben den Mirror nicht sprich wir können nicht einfach auf dieser Laser Bridge Ledge Mirror nach unten springen und dann nochmal ins Portal oh ja da kann ich mir gut vorstellen das Winter einfach save and critted dann nochmal ja das ist dann auch nochmal eine Minute die Kato auf jeden Fall gut macht dieser ganze climbt den Berg also in paar Sekunden die Winter tatsächlich gut gemacht hat oder er hat sogar fünf Sekunden verloren ungefähr oder zwei Sekunden müsste ungefähr gleich geblieben sein ungefähr gleich geblieben knappes rennen auf jeden Fall und ja Winter hat safe quittet läuft jetzt den Berg wieder hoch engelkiste verdammt engelkiste im moment haben wir einen tempered sword silverless gerne weiß nicht ob das vielleicht noch ein Faktor nachher sein wird ich glaube mit dem equipment ist das für beide keine große Herausforderung mehr also zwei minuten bei ganon gut machen zu müssen müsste Winter hier schon hoffen dass kato da eventuell fällt sonst ist da glaube ich kein time safe drin wird hier auch nochmal gedeadrock winter der winter könnte doch ein bisschen größer sein wir sehen hier ein paar räume mit verschiedenen ausgängen nach links und rechts also auf jeden fall potenzial da für verwirrung zu sorgen ich habe vorher nochmal geguckt kato hatte bei ziemlich genau 148 die crystals hochgehalten sprich war genau vor tt winter macht das jetzt eine minute 50 später also hat er da nochmal ungefähr 40 sekunden verloren kato schon mit dem wiki kann vorteil sein muss aber nicht unbedingt haben wir schon gesehen ich kann mir auch vorstellen dass die beiden jetzt relativ ähnliche wege laufen hier einfach weil beide wahrscheinlich schon sich nach oben bevorzugen werden und überall da wo wir bisher irgendwie mit schlüsseln gelockt sind ja wird halt so ein bisschen so ein schlauch gebildet durch den man automatisch durchläuft und hat den roten punkt ich denke ab jetzt brauchen wir auch keine timestamps mehr aber ab jetzt sehen wir das ha nice triple an der stelle krass 1 2 und leider der dritte als blue ball sonst hätte er hier das two cycle können aber ist auf jeden fall das knappeste doors was wir bisher sehen hier in dem turnier also ich glaube so 2-3 minuten auseinander haben wir noch keinen race gehabt so jetzt kommt tatsächlich alles auf den Ganon fight drauf an kato hat sie in der hand mit den schönen double spin rein hat ja ein zwei schläge wahrscheinlich in der ersten phase zu wenig drin gehabt so jetzt auch beim agga zwei aber das dürfte sich kato eigentlich auch nicht mehr nehmen lassen ja also da müsste schon ein fall passieren damit hier irgendwas für winter noch möglich wäre akato spielt das hier sehr routiniert runter was silver arrows have the monolith monolith ist das eine steintafel oder eins der tablets ja ok haben wir von beiden ja nicht gesehen weil endro nicht da ist zumindest das bombos tablet nicht und zum ether tablet sind wir nie gekommen sind nie nach tower of harrah rein keimen und und sollte kato hier auch eigentlich mit der erfahrung die hat gut runterspielen er hat auch den letzten hit schon drin Oh mein Gott. Du brauchst keine Angst zu haben, vor allem so großen Namen. Klar, Kato war ein unglaublich starker Spieler. Aber nichts ist unmöglich im Doors. GG's an Winter, der überquert die Brücke mit einer Zeit von 1 Stunde 55 und 34 Sekunden. Genau, ist damit jetzt knapp anderthalb Minuten nach Kato ins Ziel gekommen. Und ich würde sagen, Sub-2 für beide ist beeindruckend, oder? Ja, aber das ist eine starke Leistung. Fört man sich immer, wenn man Sub-2 schafft, indoors. Und beide Runner hier direkt mal gezeigt, was sie können. Ich denke mal, die kommen auch beide gleich ins Interview, oder? Jetzt ohne Delay immer so ein bisschen schwer zu fragen. Lass die Runner kurz durchatmen, vielleicht auf Toilette gehen. Ich habe mal reingefragt. Ich denke mal, die werden dann die nächsten Minuten hier eintrudeln. So, wir können ja schon mal kurz aufs Schedule gucken, was die nächsten Tage noch so ansteht. Wenn ich es richtig im Kopf habe... Ah, da ist auch schon Kato. Jo, Gigi's, Kato. Hallo. Boah. 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 Kannst du glauben, wie knapp das war? Ihr habt's verdammt spannend gemacht, ja. Ich hab mich ganz gut gefühlt am Ende. Du hast am Anfang ein bisschen Zeit überall gelassen. Lange in Aga Tower, lange in Hyrule Castle oder so. Hast die Dungeons bis aufs letzte Item gecleared. Da war Winter ein bisschen aggressiver dabei. Aber ja. In Misery Mire bist du an ihm vorbeigezogen. Winter war bestimmt drei, vier Minuten vor dir in Misery Mire und in Go Mode. Boah. Und hat aber den Bossraum nicht gefunden. Aber er hat vorher auch den Dropdown in diesem Misery Mire Torch Room genommen, ist aber nur die rechte Tür durchgelaufen. Und ist dann danach immer unten gedroppt. Und hat sich dann gewundert, weil darum das rote Quadrat aufleuchtet, er aber nicht den Boss findet. Das hat ihn dann ziemlich Zeit gekostet. Da konntest du dann an ihm vorbeiziehen. Interessant. Man redet es immer an irgendwelchen Dropdowns. Ja. In Turtle Rock war Winter ein bisschen schneller wieder. Aber als er dann fertig war mit Turtle Rock, wollte er lieber nicht durch den Dungeon nochmal durchlaufen. Jo, GG's Winter. GG's Winter. GG Kato. Es war echt knapp. Sehr, sehr knapp. Denke ich mir. Hätte ich mal Vitti ein bisschen früher gefunden, ne? Ja, dann noch so drei, vier Minuten vor Kato in Go Mode und in Maya. Ja, das war ein richtiger Fail. Keine Ahnung. Vor allem, ich wurde durch dieses Blinken dann irgendwie nur verwirrt und zweimal gebaitet in den falschen Dropdown. Ja, genau. Wir haben gerade schon gesagt, es kam wieder auf den Dropdown drauf an. Ja. Wenn du ihn da früher gefunden hättest, dann hättest du es auch in der eigenen Hand gehabt. Ja, vor allem, da bin ich gleich als erstes rein. Ich hätte eigentlich nur in den Ausgang reingehen müssen. Fertig. Dungeon fertig. Ja, egal. Passiert. Ich hab's dann irgendwie nicht mehr realisiert, ja. In den Eingang ist Kato jetzt nicht direkt reingestolpert, aber hat ihn dann halt schneller gefunden und konnte auch mit dem roten Punkt dann was anfangen, sag ich mal. Ja. Dann hat Kato noch ungefähr 40, 50 Sekunden gespart, indem er durch Turtle Rock wieder rückwärts durchgelaufen ist. Ja. Um zum Haupteingang zu kommen. Da war der Berg nochmal neu climbt, nochmal ein bisschen länger. Da hab ich schon wieder vergessen, wie der Anfang von Turtle Rock aufgebaut war. Ich wusste noch, dass es ein lineärer Weg war, aber ich wusste nicht mehr, ob man rückwärts laufen kann. Und dann hätte ich mich viel Zeit verloren, wenn das nicht gegangen wäre. Ja, genau. Da war ich halt Angst. Hörst du ab dem Go-Mod auf zu tracken oder trackst du dir nur bestimmte Wege? Wenn du sagst, du wusstest nicht mehr genau, wie es aufgebaut war. Ich track es schon, aber ich vergesse manchmal oder hab keine Lust, es zu tracken, wenn es ein One-Way ist. Also ich track mir manchmal nicht, ob ich rückwärts laufen kann. Ja. Weil das zur Seite benötigt wird. Wir dachten schon, das wäre so ein großer Vorteil davon, dass du die Dungeons trackst, dass du da straight wieder zurücklaufen konntest. Weil wir wussten beide, dass Winter das eben nicht macht. Ich benutze den Checker gar nicht. Aber war auch relativ gut in dem Seed, finde ich. Also das ging auch ohne. Relativ gut. Da hab ich echt zu viel Zeit in Eastern verloren, weil ich war ja später nochmal da drin, weil ja das Attic da war. Ja. Oder wo war das? Irgendwo in irgendeinem Dungeon waren richtig viele Items, dass ich da das zweite Mal drin war. Ja, Eastern war das. Eastern hatte dann Flöte, Ice Rod, äh... Ja, weil dann... Also dann hab ich vielleicht am Anfang die Zeit verloren, aber dann am Ende wieder reingeholt, weil Winter das dann wahrscheinlich auch machen musste, oder? Ja, Winter hat den Boss vorher noch nicht gelegt und hat das Attic vorher nicht gefunden, sprich er musste halt nochmal für den Boss extra zurück und hat dann das Attic so auf dem Weg noch mitgenommen. Ja. Hätte er es da nicht gefunden, dann wäre es natürlich ein riesiger Vorteil für dich gewesen. Ja, das war lucky. Auf jeden Fall. Ihr beiden wart ganz am Anfang in Eastern Palace einmal und da hatte Kato schon das Attic gesehen, hat aber kein Small Key, um da reinzukommen. Also das war lange Zeit noch so eine Sache, ob du das Attic überhaupt finden wirst in Eastern. Genau. Und dann Kato halt mit dem Crystal Vorteil von Anfang an, aber Winter hatte halt diese Major Items alle ein Stück früher. Du hast den Hammer ein Stück früher und dann, ich glaub aus Pendant Swamp war's, ne? Der Somalia, der Ice Rod und der Fire Rod. Ja, da war alles drin, das war eins krass, keine Ahnung. Genau, die Major Items hattest du ein Stück weit früher und konntest du dann so damit so die Vorteile erarbeiten, genauso die Boots am Anfang. Ja, das war einfach nur Dummheit, ganz ehrlich. Ich wollte eigentlich schon in die Sora-Area gehen. Also, woops, du hast ja gar keine Handschuhe. Äh, ja gut, gehen wir mal zu Sascha. Wir haben schon vermutet, dass du das Witch Art checken wolltest, wegen Entrance Shuffle oder so. Ah, ja, 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 genau. Erstmal. Genau, erstmal Hulion Start. Ich habe die Woche einen ganz großen Fehler gemacht. Als ich auf Dark Death Mountain war, habe ich vergessen, das Turtle Rock Medallion zu checken. Ja. Und deswegen war das die ganze Zeit bei mir gelb und ich wusste nicht, oh, kann ich da vielleicht schon längst rein mit Quake? Und dann, als ich Ether hatte, musste ich einfach hoffen, dass es nicht Bombos ist, was da benötigt wird. Und erst als ich dann in Turtle Rock war, war ich wirklich im Go-Mode. Glück gehabt. Aber dann warst du gar nicht in Desert und Harrow? Ich war da gar nicht drin. In Desert war ich einmal drin. Das habe ich mit Purple Chest verbunden. Aber da war nur ein Raum vorne. Der Rest war Mirror Lock. Ah, okay. Da war nur ein Raum direkt mit zwei Small Keys und dann musstest du wieder raus. Nice. Magdo, du hast hier glaube ich noch irgendwo eine Frage notiert. Ich habe mir sie gar nicht mehr gemerkt, aber ich weiß, dass wir irgendwo einen Pucht hatten. Ja, ich wollte wissen, ob du das Attic gefunden hast. Ne, ob du den Boss gefunden hattest in Eastern Palace oder irgendwas. Da war ja dieser GT Torch Room und da bist du glaube ich, du wolltest glaube ich raus mirroren mit der Mirror Scroll und woanders nach dem Raum suchen. Dann wurdest du aber von so einem Feuerspeier runtergeschubst und hast dann unten das rote blinkende Licht gesehen. Und dann, oh ja, hier ist ja vielleicht der Boss oder so. Ja, ja, ja. Aus Versehen und dann glücklich ein Zufall. Ja, genau. Ich will da gar nicht lügen. Ich bin halt einfach, keine Ahnung, ich bin da völlig raus. Das ist schon ewig her, dass ich jetzt... Ich habe heute mal einen Trainingsteat noch gespielt, aber ich war schon lange nicht mehr Doors aktiv. Und ja, ich habe auch generell nicht so die Riesenerfahrung. Vor allem mit diesen Dropdowns, das ist immer so eine Sache. Und deswegen bin ich auch gleich in Skywoods rausgegangen, nachdem ich keinen Bock drauf hatte, auf diese Dropdown-Shananigans. Mit den vier Eingängen und ohne Fire Rod, ne. Voll dämlich. Ja, aber im Sanctuary, da ist das eigentlich angenehm. Ja, das war... Normalerweise ist das immer blöd, weil man dann immer wieder zurück da hinlaufen muss und so. Aber wenn man dann direkt da starten kann, ist das eigentlich voll okay. Genau. Ist das jetzt eigentlich noch ein Fehler, der noch rausgepatcht wird? Ja. Das ist eigentlich nicht beabsichtigt, dass das Sanctuary überhaupt in der Dark World sein kann. Ja. Haben wir am Anfang auch... Wenn überhaupt, habe ich es immer nur in Skywoods gesehen. Ja, ich auch. Also es kann sein, dass es einfach an Skywoods liegt. Same. Weiß er auch leider nicht mehr. Genau. Sind wir mal gespannt, ob das Update noch im Verlauf vom Turnier kommt. Da dürfte es dann eigentlich nicht mehr drin sein, richtig? Und dann auch der Etikind. Hoffentlich. Also Etikind wäre auf jeden Fall dann drin. Das mit dem Bug bin ich mir jetzt nicht sicher. Ich habe ihn glaube ich nicht in einem neueren Seed gesehen, aber das muss ja nichts bedeuten. Ja, hier können wir nochmal ein bisschen kurz die Collection Rates vergleichen. Da hatte Kato 13 Checks mehr. Hat die Dungeons meistens noch bis auf das letzte Item gecleared. Winter manchmal nicht ganz. Ähm. Aber ja. Nee, das war bewusst, ja genau. Also das dachte ich mir schon. Weil du hast halt den Riesenvorteil mit dem Checker, um zu fullclearen auf alle Fälle. Weil du ja genau weißt, welche Wege dir noch fehlen. Ich musste ja mich jedes Mal neu orientieren. Auch die Dungeons, die ich double-dippen musste, das war ganz schrecklich. Da hilft der Tracker dann schon. Also wenn ich gleich alles go-moden könnte, das wäre natürlich ein Träumchen gewesen. Ja. Aber es ging eigentlich in dem Seed. Also ich glaube da gibt es Schlimmere. Ich habe jetzt nicht gemerkt, dass du irgendwie lost warst in den Dungeons oder dich nicht zurechtgefunden hast. Außer in einem, wo ich jetzt aber auch nicht mehr weiß welcher das war. Da bist du ein bisschen... Mhm. Ein bisschen... Das ging mir mehrfach so gefühlt. Und man hat es nur einmal gesehen an einer Stelle. Okay. Ja. Sag gut aus. Aber ich finde auch beide haben eine schöne Sub 2 gemacht. Ja. War eine gute Leistung. So auf jeden Fall eine starke Zeit. Ich hatte schon ewig keine Sub 2 mehr. Ich habe ja... Ich spiele ja auch so außerhalb vom Turnier gerne Doors. Und ich hatte schon sehr lange keine Sub 2 mehr. Aber ich bin lustig, dass es dann ausgerechnet im ersten Turnier Seed dann passiert. Ja, dann trefft ihr zwei, Kato und Magno, ja jetzt im nächsten Spiel auch aufeinander. Mhm. Können wir uns auch drauf freuen. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon da so ein bisschen Gedanken drüber gemacht habt, wie ihr da drangehen wollt. Nein, war ein Spaß. Nein. Nein. Back to back. Der ist gerade aufgewärmt. Lieber nicht. Nein. Dann kommentiere ich mit Winter weiter. Nein. 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 Kroogie. Bis jetzt ist ein Tracker eingetragen, also es fehlen noch zwei Commentaries und dann würde es auch schon stattfinden. Wäre ganz schön, wenn wir möglichst viele Spiele von dem Turnier hier zeigen könnten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also alle, die jetzt gerade noch zugucken, die eventuell Bock haben, hier mal so ein Spiel zu kommentieren, tragt euch da gerne ein. Wir freuen uns über jedes Spiel, was hier kommt. Äh, ja ansonsten, wie gesagt, morgen das Spiel, dann haben wir am Mittwoch noch ein eingetragenes Dragon Strike gegen Probo. Da wird es aber wahrscheinlich keinen Restream geben. Muss man dann bei den Runnern selbst schauen. Um 18 Uhr ist das. Und am Donnerstag um 20 Uhr haben wir dann Skankner gegen Shiva Haze. Ja, habt ihr beiden noch was? Ja, danke für den Restream. Ich bin zufrieden mit der Zeit. Und ja, danke an Kato, GG für das Race. Und ja, hoffentlich beim nächsten Mal. Etwas besser. Aber der eigene Seed war eigentlich recht angenehm. Also von daher bin ich schon zufrieden. Aber war halt echt knapp. Ja, eigentlich das gleiche für GG Winter. Das war sehr knapp und ist auf jeden Fall schön. Ich freue mich schon darauf, mir das Race nochmal im Restream anzuschauen. Äh, ja. Ich finde es auf jeden Fall immer schön, wenn die Spiele gerestreamt werden können. Mit mehr Leute diesen schönen Modus sehen können. Ja. Danke auf jeden Fall an alle, die beteiligt waren. Ja, beteiligt war zum Beispiel Puma, unser Tracker. Duden, der das hier mit mir kommentiert hat. Vielen lieben Dank euch. Äh, Rahlen hat den Restream aufgesetzt. Vielen Dank fürs Zusehen, für euer Interesse. Vielen Dank an die Runner. War weltklasse. Von mir einen schönen Abend. Und jetzt Duden. Jo, gute Nacht. Hehehehe. Hehehehe. Hehehehe.